Also ich muss dann manchmal auch hier eine Grenze aufzeigen, wir haben ein Recht, wenn das unterscheidet uns dann von einem GESABO-Föhr. Das nimmt so ein bisschen den Stil an, das muss ich schon sagen. Wir sollten die Sonne verplanen, können wir uns darauf einigen. Auf der anderen Seite müssen wir noch mal tun. Durch Rüstung verhindere ich Krieg. Bist du ein einziges Mal, bist du ein einziges Mal in Mali in einem Flüchtlingsland, in Somalia? Also Sie sind ein Schwachkopf. Herr Jung, entschuldigen Sie bitte, das sage ich jetzt mal, was Sie da hinein interpretieren. Sie sind ein Schwachkopf. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Ich habe einen neuen Gast im Studio. Wer bist du? Ich bin Emilia Heuk. Wer bist du? Was machst du? Ich bin Otto Rehn. Ich bin Künderin des Center for Intersectional Justice. und beschäftige mich mit allen Themen rund um Unterdrückung. Warum? Weil, ja, das ist im Kern des Lebens. Also es betrifft uns alle und wenn wir alle in Richtung eines besseren Lebens gehen wollen, dann müssen wir uns mit Unterdrückung beschäftigen. Das betrifft uns alle? Ja. Also es betrifft nicht nur dich, es betrifft auch mich als weißen Mann. Ja, auf jeden Fall. Warum? Weil du als weißer Mann profitierst von manchen Systemen, manchen Unterdrückungssystemen, wie zum Beispiel das Patriarchat und auch der Rassismus und gleichzeitig bin ich der Meinung, wie auch viele andere Menschen, dass Männer glücklicher wären ohne Patriarchat und dass weiße Menschen auch glücklicher wären ohne Rassismus. auch wenn sie im Moment sehr viele materielle Vorteile davon bekommen. Na, darüber reden wir jetzt die nächsten zwei Stunden. Wenn ihr Fragen an Emilia habt zum Thema Rassismus, Patriarchat, Feminismus, Antidiskriminierung, gibt sie Hans an die Hand. Da kommt am Ende. Wie hat das bei dir begonnen? Warum hast du dich dafür interessiert? Also ich glaube, ich habe mich immer dafür interessiert, ohne vorher auch ein Konzept dafür zu haben, ohne Wörter, ohne Begriffe dafür zu haben. Also schon als Kind, glaube ich, war meine Familie auch ein Ort, wo Privilegien und Benachteiligungen auch gelebt wurden. Und ich habe das beobachtet und merkte, irgendwas läuft nicht richtig oder es gibt eine Ungerechtigkeit in diesen Verhältnissen, die unbequem sind für mich. Und so hat es angefangen. Wie hast du das gemerkt? Woran? Na, ich habe es bemerkt, zum Beispiel einfach durch die Kindheit meiner Mutter. Also sie hat auch oft über ihre Kindheit erzählt und sie ist in Martinique geboren und also bis drei aufgewachsen. Und sie hatten, ja, also da auf Martinique, sie sind... Das ist wo? Martinique ist in einer karibischen Insel und es ist eine der ewigen französischen Kolonien. Das heißt, es ist noch theoretisch administrativ Frankreich. Frankreich hat immer noch Kolonien? Ja, die werden nicht Kolonien benannt, aber de facto sind es auch Überseedepartements, also heißen sie offiziell. So wie die Amerikaner Puerto Rico haben und sowas? Ja, genau, so ähnlich. Und also es gibt mehrere, es gibt also Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Guillaume, also... Und ja, und sie ist da aufgewachsen und danach sind sie, also mit ein paar Umwege nach Frankreich gewandert und sie hat in Frankreich auf jeden Fall, also Armut und auch Ausschlüsse Rassismus erlebt und das war für mich, also durch diese Erzählungen war mir klar, dass es mein Vater zum Beispiel nicht betroffen hat in der gleichen Art und Weise. Also als Jude hat er auch Ausschlüsse erfahren, aber diese, glaube ich, also diese unterschiedlichen Geschichten haben mich sehr betroffen, also zum Beispiel die jüdische Seite auch, also seitdem ich sehr, sehr klein bin, wurden mir sehr viele Bücher über die Shoah gegeben und das war für mich sehr, sehr krass, wo ich bemerkt habe, das kann nicht sein, dass wir in einer solchen Welt leben und auch wenn es in der Vergangenheit war, dann wusste ich, dass wir nicht drüber hinweg sind. Aber wenn quasi deine gesamte Familie, deine Eltern Migrationsgeschichte haben oder wie Aladim Maffalani mal sagt, Menschen mit internationaler Geschichte sind, ist man da nicht besonders sensibel innerhalb der Familie, wenn die Mutter aus Martinique kommt, der Vater Jude ist? Also das ist, es war ein Nicht-Thema, das heißt, wir haben nicht darüber gesprochen. Wir haben also auch zum Beispiel über die Shoah, das war auch ein Thema, wo klar war, das passiert im Hintergrund, das heißt, mein Vater, meine Großmutter geben uns diese Bücher und sagen, das ist wichtig, wir dürfen nicht vergessen, das ist Teil unserer Geschichte. Aber wir haben sonst nicht, also nie über Antisemitismus gesprochen und in der Familie meiner Mutter ist es auch so, dass wir nicht über Rassismus gesprochen haben. Also das sind Themen, die außen gelassen wurden, das heißt... Obwohl sie betroffen waren. Ja, aber ich glaube, das geht bei sehr vielen Menschen so. Also es gibt sehr, sehr viele Frauen, die nie über das Patriarchat sprechen. Es gibt sehr viele Frauen, die durch die Gesellschaft gehen und das auch als Frauen erfahren. Also das kann nicht sein, dass Frauen in unserer Gesellschaft nicht davon betroffen sind. und dennoch bleibt es ein Thema, was für sie nicht zentral ist. Vielleicht finden sie das gar nicht schlimm. Tatsächlich, es gibt viele Frauen, die das Patriarchat auch nicht schlimm finden. Du aber schon. Ich aber schon. Aber irgendwann müsst ihr in der Familie mal drüber gesprochen haben, über Rassismus und Antisemitismus. Hat das irgendwann angefangen, hat die kleine Emilia irgendwann gesagt, was ist los mit euch? Ja, das habe ich gemacht. Ich glaube, also ich bin in den 90er groß geworden. Also das waren die Jahre, wo ich zur Schule gegangen bin, wo ich auch danach im Gymnasium war. In Deutschland oder in Frankreich? In Frankreich. Und das waren also heute, ich glaube, Jugendliche reden über diesen Themen sehr viel. Also es ist sehr mainstream geworden, darüber zu sprechen. Und in Frankreich war das nicht so. Damals und hier in Deutschland glaube ich auch nicht. Also es gab Debatten über, ja vielleicht Neonazis ab und zu mal, aber das war wirklich am Rand der Gesellschaft. Und solange das nicht um krasse physische Gewalt ging, haben wir nicht wirklich drüber gesprochen. Und ich habe angefangen, darüber zu sprechen, als, ja glaube ich, als ich auch für mich zu meiner Geschichte und meiner schwarzen Identität auch einen starken Bezug hatte. und dann bemerkt habe, dass es in der Familie väterlicherseits vielleicht nicht willkommen ist. Also das heißt, ja, und dann habe ich das angesprochen. Ich habe bemerkt, ich bin doch auch schwarz. Warum ist das ein Problem, wenn ich einen schwarzen Freund habe zum Beispiel? Hast du es rausgefunden? Ja, ich habe es rausgefunden. Also nicht, weil ich eine klare Antwort von meinem Vater bekommen habe, aber einfach, weil ich bemerkt habe, dass, ja, dass sehr viele negative Projizierungen, die gemacht wurden, eben auf schwarzen Menschen. Das heißt, wir wurden anders betrachtet. Das heißt, unsere Hautfarbe wurde meistens auch ausgeblendet. Und, ja, und das ist für mich dann, dann in der, als ich 14, 15, 16 auch klar geworden, weil ich wirklich meinen gesamten Freundeskreis war. Also ich hatte weiße Freunde, Freundinnen, aber auch sehr viele schwarze Freunde und Freundinnen und arabische Freunde und Freundinnen. Und, und dann, genau, da fing es an, auch mit der Dissonanz sozusagen, so mit der Ambivalenz. Aber wenn du sagst, die Hautfarbe wurde ausgeblendet, ist das nicht was Gutes? Dass man keine Hautfarben mehr sieht. Ist das nicht antirassistisch? Also, theoretisch schon. Das heißt, das Ziel ist, dass wir unsere Hautfarben genauso behandeln, wie unsere Augenfarben. Oder unsere Haarfarben. Dass es irgendwann überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das heißt, dass wir zum Beispiel, also als Beispiel, wenn jetzt auf den großen Redaktionen von den meisten Medien nur braunäugige braunäugige Menschen wären und dass es eine Diskriminierung aufgrund dessen geben würde, dann könnten wir nicht sagen, so, ah, Augenfarben bedeuten einfach nichts, weil es würde tatsächlich eine Bedeutung in der Gesellschaft haben, obwohl es das nicht haben sollte. Und es ist auch das Gleiche mit mit der Hautfarbe und auch mit dem Geschlecht. Das heißt, dass wir könnten auch denken, Geschlecht spielt überhaupt keine Rolle. Das ist egal, ob es ein Mann oder eine Frau oder eine Transperson, eine, ja, nicht-binäre Person, aber de facto spielt es eine Rolle. Und solange es eine Rolle spielt, müssen wir es ansprechen. Und wir müssen verstehen, inwiefern das eben unsere Gesellschaft strukturiert. Und was heißt, also die Hautfarbe zu sehen, ist auch nicht an sich rassistisch. Das ist witzig, weil viele Leute sagen, oh, oh, ich sehe keine Hautfarbe, für mich sind wir alle Menschen. Aber witzigerweise, das ist nur in Gesprächen, wenn wir über Diskriminierung sprechen, über Rassismus, also schwierige Gespräche. Und die gleichen Leuten sind immer diejenigen, die mir sagen, wenn sie zurück aus dem Urlaub kommen, ach, guck, ich bin fast so braun wie du. Also das heißt, die Hautfarbe sieht man schon. Und es ist auch nicht schlimm. Also unsere Differenzen müssen keine Probleme sein. Die sind nur dann problematisch, wenn sie in einer Hierarchie gebettet sind und gesagt, wie weiß ich es besser als Schwarz. Und in der Gesellschaft ist es de facto so im Moment. Und das kann und sollte und muss sich ändern. Und wird sich auch bestimmt ändern. Wie kommt es denn, dass es uns mittlerweile egal ist, vielleicht ist es schon immer egal, wer welche Augenfarbe hat, aber nicht welche Hautfarbe? Weil in der Kolonialzeit, also es war eine lange Periode, also in der Moderne sozusagen, haben Wissenschaftler, und ich gender das nicht, weil es waren hauptsächlich Männer, also ausschließlich Männer, versucht, die Welt zu rationalisieren. Sie wollten die Welt besser verstehen. Und im Zuge dessen haben sie die Natur klassifiziert, analysiert und daraus ist die Wissenschaft auch entstanden. Also das heißt, die Wissenschaft, die Rationalität und Menschen gehörten auch dazu. Und sie haben die Menschheit in unterschiedlichen Rassen aufgeteilt, die natürlich, also heute wissen wir, es gibt keine menschlichen Rassen. Also das ist ja klar, es war eine biologische Theorie damals, aber die Biologie sagt uns heute, es gibt keine Rassen. Dennoch, die Tatsache, dass die Menschheit in diese unterschiedlichen Rassen aufgeteilt wurde, hat eben dazu beigetragen, und nicht nur wurden sie eingeordnet und klassifiziert, sondern auch hierarchisiert. Und damals, also diese Forscher, diese Wissenschaftler, Philosophen, etc., Philosophen, waren weiße Männer. Und dementsprechend haben sie die überlegene Norm der Menschheit als weiß und männlich erklärt. Das heißt, dass wissenschaftlich schwarze Menschen, Frauen, aber auch, also damals war das auch, also nicht wirklich explizit benannt, aber also alles, was außerhalb der Binarität auch, also binär, das heißt Mann und Frau existierte, war auch als unterlegen, bezeichnet und auch behandelt und es wurde wissenschaftlich belegt damals. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu sagen, weil wenn wir sagen, Rassismus, es gibt, naja, das ist eine Sichtweise, ja, tatsächlich, aber das ist auch eine Sichtweise, die eine historische und wissenschaftliche Grundlage hat, die heute natürlich falsch ist, also diese Wissenschaft war eine Pseudowissenschaft, das war falsch, die Menschen in unterschiedlichen Rassen einzuordnen und zu hierarchisieren, aber indem sie das gemacht haben, konnten sie auch die Sklaverei rechtfertigen oder die Ausbeutung von den Kolonien rechtfertigen, indem gesagt wurde, naja, von Natur aus, wissenschaftlich gesehen, sind diese Menschen unterlegen, sie sind weniger fähig, sie sind weniger intelligent, sie sind weniger rational, sie sind wie Tiere und ich sage das, das kann Menschen auch schockieren, aber das war tatsächlich damals der Fall, dass schwarze Menschen auch als Halbmenschen galten. In der Sklaverei wurden sie genauso behandelt wie Kühen und Ziegen und das ist eine Realität, die heute nicht so klar ist für viele Menschen und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, um überhaupt über die Geschichte von Rassismus zu sprechen, weil das ist nicht so lange her, also die Sklaverei wurde zum Beispiel in der in der Insel, wo ich herkomme, Martinique, in 1848 abgeschafft und das ist ganz wichtig zu sagen, auch zu unterstreichen, dass die offizielle Abschaffung fand in 1848 statt, aber das war ein System, das über also mehrere Jahrhunderte gedauert hat und deswegen bis die Menschen tatsächlich frei waren, hat es noch 40, 50, 60 Jahre gedauert, dass wirklich dieses System komplett abgeschafft wurde, weil am Anfang, es ist nicht von heute auf morgen, dass alle Sklaven, also alle Sklaven versklavten Menschen plötzlich frei waren, ihre Häuser hatten, ihre Familien gegründet haben und in der Lohnarbeit gegangen sind. Genau, das war ein bisschen lang, jetzt meine Antwort, aber es erinnert mich ja auch an den amerikanischen Bürgerkrieg, der am Ende der Norden gewonnen und quasi die Sklaverei wurde offiziell abgeschafft, aber da gab es ja neue Gesetze und neue Formen der Diskriminierung, der rassistischen, der Rassentrennung, Absolut. Die waren dann irgendwie formal Bürger und Bürgerinnen, aber gleichzeitig wurde ihnen schwer gemacht zu wählen und alles mögliche. Ja, oder zum Beispiel es gab Gesetze, die gegen, also die waren so, also die werden Anti-poor-Gesetze, also Anti-poor-Laws, also Anti-Armut-Gesetze und diese Gesetze sagten, Obdachlosigkeit ist eine Straftat und wer war obdachlos nach dem Bürgerkrieg hauptsächlich schwarze Menschen, weil sie aus den Plantagen gegangen sind und kein Zuhause hatten und weil es eben eine Straftat war, also durch diesen neuen Gesetzen, direkt nach der Abschaffung, sind sie dann zurück in Knechtschaft gegangen und das hat sich dann fortgeführt, ganz, ganz lange waren sie in einem Teufelskreis gefangen und das war institutionell und das ist institutioneller Rassismus auch, wenn Menschen fragen, aber was ist institutioneller Rassismus? Das ist Rassismus, das in Gesetzen verankert ist. Wenn man zum Beispiel sagt, Obdachlosigkeit ist eine Straftat, dann ist es institutionelle Diskriminierung gegenüber armen Menschen und jetzt in diesem Fall gegenüber armen schwarzen Menschen, gegenüber ex-versklavten Menschen. Ich erinnere mich, als die Black Lives Matter Bewegung groß wurde, gab es auf Netflix diesen großartigen Film, glaube ich, The Thirteenth. Ja, sehr gut, von Ava DuVernay. Also da ging es um das 13. Amendment, den 13. Verfassungszusatz in Amerika, der quasi nach der Abschaffung der Sklaverei eingeführt wurde und wenn ich mich richtig erinnere, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, dann gibt es Sklaverei praktisch immer noch in Amerika, aber nur wenn du ein Gefängnisinsasse bist. So war das, ne? Ja, tatsächlich, weil durch die Gefängnisse ist also ein System fortgeführt worden, wo schwarze Menschen massiv eingesperrt werden, also in Gefängnissen und wenn sie in Gefängnissen sitzen, dann arbeiten sie auch für Firmen quasi umsonst. Also die Löhne in Gefängnissen sind so niedrig, dass man von Sklaven ähnlichen Bedingungen sprechen kann. Wir hatten heute gerade in der Bundesprassekonferenz das Thema Mindestlohn, die Bundesregierung ist ganz stolz, dass der Mindestlohn erhöht wurde und wenn du dann fragst, es gibt ja auch Ausnahmen, also welche Menschen in Deutschland müssen keinen Mindestlohn bekommen, unter anderem behinderte Menschen in Behindertenwerkstätten. Ja, das ist ungerecht, das ist eine Form von krasser Diskriminierung und viele Menschen sagen, naja, aber sie sind nie so fähig in Anführungsstrich wie nicht behinderte Menschen, deswegen ist es gerechtfertigt und dazu sage ich nein, überhaupt nicht, weil was definiert auch Fähigkeit in unserer Gesellschaft, also man kann das nicht auch so pauschal sagen und die Tatsache, dass es dann zu 100% behinderte Menschen sind, die keinen Anspruch auf einen Mindestlohn haben und dadurch auch ausgebeutet werden, ist es eine Form von institutionalisierter Diskriminierung ihnen gegenüber. Aber das sagt das Sozialministerium, liebe Emilia, das ist ein historisch gewachsenes Entgeltsystem, also war schon immer so und sie wollen erst mal forschen, was man da machen kann, aber sie wollen den Mindestlohn nicht zahlen, weil da wird halt nicht nur gearbeitet, Emilia, sondern das dient auch als Integration und so weiter. Also das ist ein sehr paternalistischer Diskurs und vor allem diesen Argument zu sagen, es ist historisch gewachsen, das war schon immer so. Zum Glück machen wir die Sachen nicht, wie sie immer so waren, weil sonst könnten Frauen heute kein Bankkonto eröffnen, sie dürften auch nicht arbeiten ohne die Erlaubnis des Mannes. Es gibt so viele Sachen, die zum Glück heute nicht mehr da sind und ich glaube, die behinderten Werkstätten, wo Menschen ausgebeutet sind, gehören auch dazu. Also sie gehören unserer Gesellschaft nicht mehr. Ich glaube, Menschen mit Behinderung sollten auf allen Ebenen der Gesellschaft inkludiert werden und sie könnten genauso, also ja, in allen Branchen, in allen Berufen sollten Menschen mit Behinderung präsent sein und das ist für mich, es steht nicht zur Debatte, also was müssen wir darüber forschen. Wir werden es abwarten. Du bist in Frankreich zur Schule gekommen? Ja. Wie bist du denn in Deutschland gelandet? Hattest du Deutsch in der Schule? Also ich hatte Deutsch in der Schule, aber als ich angekommen bin, konnte ich kein Wort, ich wusste nicht mal, wie man Katze sagt, ich habe mich erwischt, weil ich kam nach Berlin und ich war in einer Region und es gab eine Katze und ich wusste nicht mal, wie man Katze sagt, also das war wirklich sehr schlimm. Also ich muss sagen, das französische Grammatik und da war ich sehr gut, ich konnte alle, also ja, grammatische Regeln etc., aber reden konnte ich nicht. Und genau, ich bin... Aber warum wolltest du nach Berlin? Ich wollte nach Berlin zum Studieren. Ich hatte, also ich war 21 oder so oder 22, hatte in London studiert und hatte die Möglichkeit, durch meinen Studiengang nach Deutschland zu kommen und für mich kam nur Berlin in Frage, also ich hatte, es gab drei Wahlen, so 1, 2, 3 und ich habe bei allen Berlin, Berlin, Berlin gesagt und weil ich gute Noten hatte, konnte ich mir das erlauben und sie haben mich dann nach Berlin geschickt und ich hatte sehr niedrige Erwartungen, muss ich sagen, weil London hat mir auch nicht so gut gefallen und ich dachte mir gut, ich verbringe maximal ein Jahr in Berlin und versuche die Sprache gut zu können aber ich hatte viele DVDs damals waren das DVDs viele DVDs dabei und dachte ich werde niemanden kennenlernen ich werde einfach die ganze Zeit über das Zimmer rumhängen und dann nach einer Woche hatte ich super viele tolle Menschen getroffen und hat mich in der Stadt sehr wohl gefühlt und ich bin dann geblieben also zwischendurch war ich weg aber Berlin ist mein Basis geworden es ist wirklich mein Zuhause geworden jetzt seit 16 Jahren Was hast du dann studiert? Politikwissenschaft wahrscheinlich? Ich habe Politikwissenschaft und Jura studiert Warum das? Ja also ich glaube ich komme aus einer typischen Migrantenfamilie wo gesagt wird du darfst einfach nur Medizin oder Jura studieren Ist das was sicheres oder was? Ja weil es was sicheres ist und weil Jurist und Mediziner werden immer gebraucht Genau und dann werden wir gut verdienen können und schnell verdienen können und das ist wichtig und deswegen bin ich so aufgewachsen meine kleine Schwester ist Kardiologin geworden und ich habe dann gedacht gut ich werde Jura studieren aber das hat mich sehr abgeschreckt ich dachte ich bin dem nicht gewachsen und deswegen habe ich angefangen mit Fremdsprachen und dann sehr schnell habe ich bemerkt nein nein ich will doch Jura studieren und habe das dann nur teilweise machen können hier in Deutschland und deswegen ich habe meinen Abschluss in Politikwissenschaft gehabt und meine Promotion auch und Jura hat immer einen sehr wichtigen Teil gespielt also das ist jetzt nicht wie in Deutschland wo es eine Juristen und Juristinnen Ausbildung gibt sondern es war ein wichtiger also ich habe ein MBA in International Law und deswegen das war so dieses MBA aber genau warum wollte die junge Emilia damals Politikwissenschaften studieren also kam es in der Schule schon drauf war das klar nein überhaupt nicht nein nein das war überhaupt nicht klar ich habe nur ich habe mich sehr interessiert für internationale Beziehungen und für eben für Ungerechtigkeit auf globalen Ebene auf globaler Ebene und ich habe mich dann informiert und das war hier in Deutschland ich habe in der Rechtswissenschaftsfakultät hier an der FU studiert und ich war also sehr viel befreundet mit vielen Studis aus dem OSI also Otto-Sur-Institut Politikwissenschaft und dann dachte ich mir ah ja okay das ist eher in die Richtung die ich gehen sollte und so hat es sich ergeben eigentlich also ich habe mich auch politisch engagiert und es hat einfach gepasst zu dem was ich machen wollte und ja es war es war richtig glaube ich auf jeden Fall also Jura weniger richtig also ich glaube ich bin glücklich dass ich diese Sichtweise habe dass ich diese Perspektive und auch diese Skills habe dass ich Gesetze verstehen kann und dass sie mich nicht abschrecken es streckt mich überhaupt nicht ab über Jura zu sprechen über Gesetze zu sprechen und ich glaube das ist wichtig wenn wir über Politik und politische Probleme ja reden wollen ja erzähl doch mal du beschäftigst dich mit Diskriminierung Rassismus Benachteiligung ist denn sowas eigentlich in Gesetzen auch festgehalten oder werden die Gesetze einfach nur falsch interpretiert sodass Diskriminierung Rassismus entsteht also ich werde jetzt ein ganz konkretes Beispiel geben weil sehr oft also Gesetze werden neutral formuliert also zum Beispiel die müssen für jeden gelten ja genau sie müssen für jeden gelten und so ist es auch richtig also aber aber de facto sie werden also sie betreffen nur also sie betreffen oft also nicht immer aber eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zum Beispiel oder also nehmen wir die 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 Ehe als Beispiel also die Ehe die Ehe wird regiert durch sehr viele Gesetzen also durch Familiengesetzen durch Steuerrecht durch Sozialpolitik also Sozialpolitik und den ganzen Gesetzen die auch damit verbunden sind und im Steuerrecht ist es so dass die Familien mit einer Person die Vollzeit arbeitet und mehr Geld verdient und eine andere Person die eher Teilzeit arbeitet und weniger verdient bevorzugt werden steuerrechtlich Ehegattensplitting Ehegattensplitting genau es wird alles neutral formuliert de facto sind die Haupternährer Männer in ich weiß nicht wie viel Prozent der Fälle aber ich würde behaupten über 90 Prozent der Fälle und die Nebenverdienerinnen sind in den meisten Fällen eben Frauen und das heißt dass diesen System diese System benachteiligt Frauen und ich werde jetzt nicht in den Details gehen aber das ist eine Art und Weise wie neutral formulierte Gesetze eben zu Diskriminierung führen es gibt auch ein anderes Beispiel und das ist zum Beispiel in Frankreich aber hier also Kopftuchverbote zum Beispiel die werden Kopftuchverbote benannt weil sie eben auch wenn sie neutral formuliert sind und es wird nicht im Gesetz vom Kopftuch die Rede aber de facto diskriminieren sie gegenüber muslimischen Frauen mit Kopftuch weil Männer keine Kopftücher tragen ja und weil also zum Beispiel jetzt in Frankreich ist es noch besser also es kann das besser illustrieren weil es geht um religiöse Zeichen und diese religiöse Zeichen sind dann meistens also es geht eigentlich um das Kopftuch genau und das sehen wir auch mit den Fällen auch die vom Gericht gebracht werden dass es in den allermeisten Fällen eben Frauen mit Kopftuch betrifft und nicht christliche Frauen also Nonnen oder so weiter eben nicht ok ok also Berlin Politikwissenschaften wie bist du denn bist du in Berlin schon mit Intersektionalität in Verbindung gekommen mit Postkolonien äh postkolonialen Theorien Critical Race Theory ja also Berlin war wirklich die Stadt wo ich das alles entdeckt habe wie entdeckt man das wie entdeckt man das also das war ich habe ein Buch gefunden ja naja also es war während meiner Promotion also schon spät eigentlich also ich glaube heute wäre das anders weil es sich wirklich sehr viel verbreitet und es ist heute bekannt also diese ja diese Begriffe und diese Theorien sind jetzt nicht am Rande aber damals waren sie schon am Rande der Uni und ja ich habe sie entdeckt durch Gruppen die sich damit beschäftigt haben und in meiner Recherche für meine Doktorarbeit bin ich dann auf diesen Gruppen gestoßen worum ging es bei der Doktorarbeit es ging um die Diskriminierung von Frauen of Color auf dem Arbeitsmarkt in Frankreich und Deutschland genau also am Anfang war es war eine Migrantin und dann habe ich das geändert weil ich bemerkt habe naja es gibt viele Frauen die diskriminiert werden und nicht per se Migrantinnen sind aber schwarz sind und genau die müssen auch mitgedacht werden genau und ja und dann habe ich nicht aufgehört aber warum hat das dein Interesse entfacht und warum sollte es vielleicht bei anderen Interessen entfachen ja es hat mich sehr 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 interessiert einfach weil also ich konnte die Bücher nicht weglegen also ich habe einfach bemerkt dass ja ja dass ich mich danach gesehnt hatte diese Perspektiven zu sehen aber sie nie gefunden hatte sie konnten diese Texte haben Gedanken von mir artikuliert in einer so präzise Art und Weise das hat dazu beigetragen dass ja eben die diffusen Gedanken die ich hatte erstmal klar wurden und ich merkte es ist ein globales Problem also dieses Gefühl von Ungerechtigkeit ist etwas was eigentlich strukturell systemisch ist es gibt eine historische Grundlage dahinter und deswegen fand ich das faszinierend und bis heute also ich ja ich habe nie aufgehört damit und ich entdecke immer neue Autoren Autorinnen aufs Neue und lese die Bücher auch nochmal und unterrichte das auch an der Uni und deswegen dadurch kann ich das immer mit einer neuen Perspektive auch sehen und das gefällt mir auch sehr daran es gibt vielleicht junge Leute die zugucken die sagen welche Perspektiven spricht sie denn da also worum geht es denn bei Intersektionalität welche Perspektive muss man einnehmen oder welche Perspektiven oder bei der postkolonialen Theorie also es geht darum die Welt und die Ungleichheiten die Ungerechtigkeit die in der Welt herrscht besser zu verstehen also wirklich das wäre jetzt die kurze Erklärung aber ich weiß dass wir viel Zeit haben deswegen kann ich das ein bisschen aufführen es wird uns eine Geschichte erzählt über Armut über Reichtum über Erfolg und über Scheitern und diese Geschichte dieses Narrativ ist ein Narrativ das sehr fokussiert ist auf die Individuen das heißt Menschen die reich und erfolgreich und sichtbar sind in der Welt anerkannt werden anerkannt werden sind Menschen die es verdienen sie verdienen es weil sie besonders intelligent sind besonders fleißig besonders sie arbeiten hart auch das ist der Diskurs der Meritokratie und diejenigen die es nicht schaffen die Leistungsgesellschaft ja Leistungsgesellschaft danke und die Menschen die es nicht schaffen zu diesem Level zu kommen sind nicht intelligent genug arbeiten nicht hart genug sie sind selbst schuld und das ist ein Diskurs der hilft auch also dieser Diskurs dieser Diskurs hilft Ungerechtigkeit und Ungleichheiten zu akzeptieren uns zu rechtfertigen und zu legitimieren und ich glaube und es ist deswegen auch so wichtig diesen Diskurs auch durchzubrechen weil dann können wir auch alle andere Faktoren die Reichtum Armut Erfolg Scheitern erklären weil es gibt viele andere Ebenen es gibt die individuelle Ebene die gibt es auch tatsächlich aber es gibt auch eine strukturelle Ebene eine historische Ebene eine systemische Ebene im Grunde das heißt die die Struktur der Gesellschaft die Person die reich ist also jetzt nehmen wir ein Beispiel von einer sehr erfolgreichen Person diese Person hat es geschafft ja klar also ich würde sagen ein Mann na klar musste er sich anstrengen er musste hart arbeiten er musste auch klug sein tatsächlich musste er das alles sein aber er wurde geholfen dadurch dass ja vielleicht seine Familie konnte ihm unterstützen er konnte überall studieren er konnte auch Praktika im Ausland machen er musste sich in seiner Kindheit und in seiner Teenagezeit 0,0 um Erwachsenenprobleme kümmern das heißt die Eltern waren da weil sie die Sprache des Landes auch gesprochen haben und er musste sich nicht damit beschäftigen in der Familie er musste auch keine kleineren Geschwister also betreuen in der Schule oder weil eben diese Grundlage war da es kann sein auch dass er auch einen Namen hatte der nicht diskriminiert wird auf dem Arbeitsmarkt sogar positiv angesehen wird das kann sein dass er zu einem Vorstellungsgespräch kommt und einfach weil er so aussieht wie er aussieht wird auf ihm eine gewisse Professionalität und Kompetenz und Vertrauen projiziert und jetzt wenn wir eine andere Person nehmen und natürlich diese Person merkt das nicht weil es ist so schwierig sich dessen bewusst zu sein in dieser Position und jetzt nämlich eine Person die kein Abi gemacht hat und jetzt vielleicht einen Job hat wo diese Person nicht gut verdient und jetzt ganz plakativ werde ich sagen es ist eine Frau und ja es kann sein dass sie eben in der Kindheit gar keinen Platz zu Hause hatte um die Hausaufgaben zu erledigen es kann sein dass es viele kleine Geschwister gab die auch Betreuung gebraucht haben dass sie sich um sie auch kümmern musste weil die Mutter irgendwo anders gearbeitet hat dass sie eben die Schulklassenfahrt nicht machen konnte weil sie das Geld nicht hatte dass sie eben ja kein Praktikum etc. also das und sie war zwar zweisprachig aber das war nicht die richtige Sprache weil diese Sprache wird nicht wertgeschätzt und auch als Vorteil gesehen sondern eher als defizitär gesehen als Nachteil das finde ich lustig dass quasi Mehrsprachigkeit quasi eher als Nachteil angesehen wird ja aber nicht bei allen Sprachen also zum Beispiel ich sehe mein Sohn ist zweisprachig Deutsch Französisch das ist perfekt in Deutschland also diese zweisprachigkeit wird also gibt Zugänge zu elitären Schulen es wird auf jeden Fall sehr hoch angesehen wie schön Französisch Deutsch aber ich sehe in seiner Klasse es gibt ein Mädchen die zweisprachig ist Arabisch Deutsch es ist eine ganz andere Frage also es wird nicht unbedingt als so positiv angesehen also ich glaube es tut sich jetzt was aber ganz lange durften türkische und arabische Kinder oder die albanische oder andere Sprachen gesprochen haben Romanes zum Beispiel durften auf dem Schulhof diesen Sprachen nicht brechen also das würde mit Französisch nicht passieren Was bei den Diskriminierungsebenen du beschreibst ja auch in deinem Buch individuelle Diskriminierung strukturelle institutionelle und historische genau können wir das mal ein bisschen erklären und auffächern ja also die individuelle Ebene kennen wir alle sehr gut weil wir fokussieren uns darauf in unserer Gesellschaft in den Diskursen über Diskriminierung das heißt es ist eine Person A die gegen eine Person B diskriminiert es gibt eine zwischen persönliche Beziehung die klar identifizierbar ist es gibt ein klares Opfer ein klare Täter oder Täterin und es geht meistens um ein Verhalten Verhalten also sei es durch Wörter oder sei es durch Ausschlüsse und genau also das kennen wir sehr gut das heißt es ist meistens die Diskriminierung die am meistens auffällt aber ist auch am leichtesten ja genau es ist am leichtesten aber da auch nochmal weil wir diskutieren auch sehr 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 viel in Deutschland darüber was eigentlich Diskriminierung ist ja also zum Beispiel ist es Diskriminierung das Wort oder das Wort zu sagen und das Problem mit mit dem Fokus auf die individuelle Diskriminierung ist dass wir das Gefühl haben dass Diskriminierung nur dann ein Problem ist wenn Menschen beleidigt werden wenn sie verletzt werden und also ich merke oft dass zum Beispiel es wird gesagt ja das N-Wort das man nicht mehr darf man nicht mehr sagen weil schwarze Menschen fühlen sich dadurch beleidigt weil schwarze Menschen fühlen sich dadurch verletzt und ja klar aber das ist nicht der einzige Grund warum das N-Wort nicht mehr gesagt werden sollte das N-Wort sollte nicht mehr gesagt werden weil es zu einer Konstruktion von schwarzen Menschen als unterlegen beiträgt und wenn sie als unterlegen in der Gesellschaft angesehen werden dann verdienen sie weniger Empathie weniger Schutz dann führte es auch direkt und indirekt zu zum Beispiel Polizeigewalt oder zu Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt oder zu negativen Repräsentationen von schwarzen Menschen im Fernsehen deshalb es geht nicht nur um die Empfindlichkeit von schwarzen Menschen sondern es geht um ein System was abgebaut werden muss und aufgebrochen werden muss und das ist das gleiche auch mit Feminismus also wenn wir das Patriarchat auf der individuellen Ebene bekämpfen dann heißt es Frauen wollen sich sicher fühlen oder Frauen wollen sich nicht mehr bedroht fühlen und deswegen sollte man solche Aussagen nicht mehr machen oder solches Verheißten eher sein lassen auf jeden Fall klar aber nicht nur deshalb es ist nur dass ein solches Verhalten trägt auch zu einer Konstruktion der Frauen als nicht vollständige Lebewesen Menschen sondern als unvollständige Menschen die kontrolliert werden die auch ausgebeutet werden die objektifiziert werden also auf Deutsch genau und deshalb sollten wir Sexismus bekämpfen nicht nur weil Frauen empfindlich sind oder damit sie sich nicht beleidigt fühlen nicht nur deswegen also der Kampf um die Sprache gehört auf die individuelle Ebene nein eben also es gehört also Kampf um Sprache ist sehr sehr wichtig aber wir müssen das erweitern und verstehen dass es nicht nur auf der individuellen Ebene sich auswirkt sondern auch auf allen anderen Ebenen also strukturell institutionell und dann also institutionelle Ebene beschreibt die Summe der Prozessen Gesetzen Regelungen in unserer Gesellschaft Institutionen die zu Diskriminierung führen das heißt da ist es schon mal viel schwieriger zu sehen wer steckt dahinter also es ist nicht unmöglich aber schwieriger es heißt es ist auch manchmal unbeabsichtigt und auch unbewusst das ist aber auch schwieriger zu sehen das heißt als Beispiel die Art und danke du bekommst gerade ein Taschentuch danke ja das ist so ein Tag alles gut danke schön viel besser genau das ist deswegen also zum Beispiel also jetzt ich muss meine Gedanken noch mal ordnen institutionell also das Beispiel was ich gegeben habe mit der Ehe zum Beispiel oder die Tatsache dass wir in Europa eine sehr diskriminierende Grenzregime und gewalttätige Grenzregime haben gehört auch zu institutionellen Diskriminierung und dadurch werden Migranten und Migrantinnen diskriminiert diskriminiert das gleiche auch mit da würden jetzt viele protestieren das ist doch hoheitliche Aufgabe ein Staat seine Grenzen zu schützen warum werden denn da die Menschen die vor der Grenze stehen diskriminiert wenn der Staat das tut ja also das ist auch eine Diskriminierung es ist eine staatliche Diskriminierung also das de facto kann man das auch sagen also sie werden diskriminiert also als anders auch betrachtet und behandeln weil sie nicht über das richtige Stück Papier verfügen nämlich einen Reisepass aber da würden heutzutage wahrscheinlich die allermeisten Menschen immer noch in unserem Land und in den meisten Ländern sagen das ist gut so dass es diese Diskriminierung gibt ja tatsächlich und da stellt sich die Frage auch also deswegen auf der institutionellen Ebene ist es sehr wichtig sich zu fragen woher kommen diese Institutionen diese Gesetze woher kommen auch nationalen Grenzen woher kommt die Ehe auch als Institution brauchen wir die Ehe in unserer Gesellschaft können Liebe und Beziehungen auch nicht sich selbst regulieren brauchen wir eben eine staatliche Kontrolle über die Liebe und die Beziehungen auch andere Frage brauchen wir die Ehe aus deiner Sicht nein ganz eindeutig nein aber du warst jetzt schon mal verheiratet ja ich war schon mal verheiratet und dann hast du gemerkt dass es nichts bringt also aus ganz unterschiedlichen Gründen aber ich würde sagen ich bin gespannt warum brauchen wir die Ehe nicht also ich weiß nicht mal wo ich anfangen soll also ich glaube die Liebe zwischen Menschen und die Beziehungen die wir miteinander führen müssen nicht reguliert werden es gibt mehrere Gründe warum sie es heute sind ja und unter anderem weil der Staat braucht diese Organisation diese familiäre Organisation weil es eben sehr viel Arbeit die innerhalb dieser Einheit geleistet wird überwiegend durch Frauen das heißt sich um die Kinder kümmern sich um den Haushalt kümmern und diese Arbeit ist essentiell unerlässlich für die Wirtschaft und wenn Menschen freier wählen ihre Liebesbeziehungen und ihre also ja ihre Liebesbeziehungen und Familien anders zu organisieren dann würde es diese Lücke geben wer wird diese Arbeit dann leisten wie können wir das fördern dass diese Arbeit innerhalb von diesen Familien durch die Frauen geleistet wird also es ist jetzt an sich ein komplett anderes also es ist nicht ein anderes Thema weil es geht um Unterdrückung aber es ist ein sehr breites Thema und ich arbeite jetzt sehr intensiv an das Thema also das interessiert mich auch sehr weil ja die Ehe ist so zentral zu unserem Leben und wir romantisieren auch sehr die Ehe also die Ehe und ich liebe auch Hochzeite also ich finde diese Feste großartig ich muss immer auch so weinen dabei weil es so emotional ist es gibt so viel Liebe die auch da drinnen stattfindet aber von mir aus könnten wir auch die die the celebration so die Feier beibehalten aber nicht mit dem ganzen was dahinter kommt also die Tatsache dass es eine ja eine staatliche Kontrolle darüber gibt aber es ist wie gesagt noch ein sehr breites Thema weil es gibt auch die Frage von den Kindern es gibt auch noch die Frage von also Schutz Frauen im Moment in unserer Gesellschaft werden durch die Ehe geschützt ja also weil wenn sie sich trennen dann haben sie eine Absicherung es ist eine Teilabsicherung muss ich auch nochmal dazu sagen aber deswegen müssen können wir die Ehe nicht abschaffen und alles bleibt alles andere bleibt so weil Frauen würden dadurch hochgradig diskriminiert werden mehr als heute mehr als mit der Ehe deswegen wir brauchen nicht die Ehe aber wir müssen dafür ganz viel ändern in der Gesellschaft zusätzlich dazu was ist denn eigentlich für die Ehe für alle also andere Frage ich glaube wir haben da eine Chance verpasst die Ehe im Allgemeinen in Frage zu stellen und das queere Menschen also Lesben und schwule Menschen und andere queere Paare natürlich auch von den Privilegien profitieren wollen die die Ehe gewährt ist natürlich verständlich ja weil es gibt auch die Frage von also Filiation das heißt also welche Beziehungen haben die Kinder auch mit dem verheirateten Paar obwohl also es gibt auch heute noch Diskriminierung von zum Beispiel lesbischen Müttern die nicht die gleiche Rechte haben wie heterosexuelle Paare aber nichtsdestotrotz finde ich dass wir ein bisschen zu schnell versucht haben eben die Ehe als Lösung zu sehen und zu denken okay jetzt müssten alle Paare das Recht haben und ich unterstütze das auch weil solange es die Ehe gibt dann sollte es eben tatsächlich für alle sein ja also das ist klar also ich will jetzt also jegliche Missverständnisse aus dem Weg räumen und gleichzeitig finde ich dass gleichgeschlechtliche Paare durch die Ehe ein bisschen in der Heteronormativität gefangen sind weil es regiert auch die Beziehungen und das also das Gesetz von Hauptehegattensplitting wird auch also gilt auch für gleichgeschlechtliche Paare das heißt dass automatisch in diesen Paaren wird auch eine Organisation des Familienlebens oder der Beziehung die sich anlehnt an heteronormative Lebensentwürfe das heißt eine Person die mehr verdient die andere die zu Hause bleibt oder weniger arbeitet und das glaube ich ist sehr schade unter anderem warum ist es eigentlich so dass eine Ehe nur aus zwei Personen besteht ja tatsächlich warum warum ist es ein Paar es könnte auch drei sein es könnte drei Menschen sein es könnte auch sein dass ja in einer Familie oder dass zwei Menschen zwei Freundinnen also zum Beispiel ich bin sehr sehr eng mit einer Freundin von mir und wir erziehen unsere Kinder fast zusammen ja aber wir würden niemals die also wir könnten entscheiden das also zu heiraten das wäre auch möglich aber also warum nicht drei Menschen warum auch nicht ja also andere Formen von Verantwortung also von also das wurde auch besprochen auch im Koalitionsvertrag und deswegen ich glaube wir kommen auch zu einem Punkt wo wir merken warum muss es so sein also gibt es einen Grund warum wir so eingeschränkt sind in unseren Lebensentwürfen würden wir kollektiv nicht davon profitieren wenn der Staat auch weniger Kontrolle darüber hätte wer zusammen lebt und ob diese Beziehung auch gebrochen werden kann und wie und aber sind wir gerade nicht in der Zeit wo all das schon in Frage gestellt wird wo jeder eigentlich so leben kann wer will ja also auf jeden Fall wir machen Fortschritte es geht doch immer weiter voran auf jeden Fall also da bin ich ja das ist das Gute daran deswegen bin ich immer hoffnungsvoll weil es ist besser als vor zehn Jahren und heute wird es schlechter sein als in zehn Jahren hoffentlich aber ja also diese Tendenz ist auf jeden Fall zu beobachten aber wir haben die Ehe nicht in Frage gestellt das heißt wir haben darüber diskutiert wer darf heiraten aber nicht macht es überhaupt Sinn zu heiraten und wollen wir nicht ein anderes System äh entwickeln wo die finanzielle Absicherung der Frauen nicht von der Ehe abhängt weil es gibt sehr viele Paare die nicht unbedingt heiraten wollen also die sind ähm nicht unbedingt daran interessiert aber es macht finanziell auf jeden Fall Sinn zu heiraten also steuerrechtlich oder es gibt ähm Situation wo der Mann in der Beziehung überhaupt keine Lust hat diese Rolle zu übernehmen also vom also Haupternährer und der wäre auf jeden Fall interessiert an einer äh egalitären Beziehung mit seiner Partnerin aber die die Regelungen führen dazu dass sie in diesem System rutschen obwohl sie das nicht wollten und automatisch dann patriarchale Organisation also eine patriarchale Organisation haben vor allem wenn Kinder da sind das heißt es liegt in vielen Fällen auch nicht unbedingt an den Männern also klar sie profitieren im Moment vom System aber also zu sagen dass wir das Patriarchat bekämpfen in dem Männer bessere Männer werden ist nicht vollständig also nicht nur ja klar Männer müssen besser werden aber nicht nur also ich sehe viele Situationen wo die Männer schon mal toll sind und viel zu Hause machen und ja Verantwortung übernehmen etc. und überhaupt nicht so patriarchal in ihrem Denken sind und trotzdem sind diese Beziehungen gefangen in patriarchalen Mustern genau was war denn die Alternative zu ihr also wer ich verstehe jetzt so man sollte zum Beispiel die steuerrechtlichen Vorteile wenn man verheiratet ist abschaffen also auf jeden Fall eine Abschaffung eine sofortige Abschaffung des Ehegattensplitting es ist obsolet es ist diskriminierend das sollten wir abschaffen klar es wäre schwierig jetzt für den Staat zu überlegen wie schließen wir diese Lücke diese Kehrlücke also diese Arbeit die gelastet wird und im Moment ja da geht es nur einen Schritt voraus ich meine der Staat will ja quasi eine Ehe fördern damit aus der Ehe Kinder entstehen damit neue Menschen neue Bürger entstehen oder? tatsächlich ja ja und also viele Gesetze werden auch daran gelegt dass ja die Reproduktion der Nation ist sehr wichtig da müssen wir uns auch fragen also warum ist klar ja wir müssen ja also in unserer jetzigen Wirtschaft macht es Sinn und wir sehen auch die Rentenkrise erklärt das auch aber es ist nicht unbedingt der Fall dass wir weniger Kinder haben würden ohne Ehe vielleicht würde es eine Übergangsphase wo das ein bisschen schwieriger wäre und über die Alternative also ich weiß es noch nicht was für eine Alternative es geben könnte aber sicher ist dass auch zum Beispiel es ist auch verbunden mit der Arbeit also wir müssen auch Lohnarbeit neu denken und das heißt an der Abschaffung der Ehe es tut mir leid ich merke meine Nase ist komplett zu aber ich kann dagegen nicht wir verstehen dich super okay genau eine Abschaffung der Ehe könnte nicht ohne eine komplette Reform sozusagen von der Lohnarbeit weil zum Beispiel die 40 Stunden Woche wurde also wurde ausgedacht als damals klar war dass die Person die 40 Stunden die Woche arbeitet zu Hause eine Eho-Frau hat die alles anderes macht heute ist es nicht mehr so und natürlich auch heute arbeiten beide 40 Stunden die Woche ja heute arbeiten beide 40 Stunden die Woche und es ist nicht alle Menschen die beide 40 Stunden die Woche arbeiten und genug Geld verdienen um ein entspanntes Leben zu führen und in diesen 40 Stunden die Woche es gibt viele Menschen die also de facto tatsächlich die Hälfte arbeiten vor allem Menschen die in Desktop Jobs arbeiten also das ist ja klar wir brauchen nicht mehr 40 Stunden die Woche es ist also es es ist wichtig auch nochmal nachzudenken warum denken wir dass die Arbeit die Lohnarbeit die meisten den meisten Platz in unserem Leben annehmen sollte also deshalb es ist glaube ich ganz wichtig zu sehen dass eine also das Ende der Unterdrückung das Ende der Diskriminierung kann nicht nur auf einer Ebene stattfinden wir können nicht die Grenzen abschaffen ohne dass wir die Art und Weise wie unsere Sozialsysteme wie unsere Wirtschaft funktioniert das geht einfach nicht die Ehe kann auch nicht abgeschafft werden ohne dass wir über die Lohnarbeit nachdenken und 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 deswegen das ist also es hängt alles zusammen und das ist auch ein Aspekt der Definition der Intersexualität das heißt dass alles ist verschränkt ineinander und zum Beispiel das Patriarchat der Rassismus und der Kapitalismus hängen zusammen sie verstärken sich gegenseitig und sie ernähren sich voneinander die Frage kommt bestimmt auch vom Publikum aber was hältst du vom Grundeinkommen vom bedingungslosen Grundeinkommen also ich bin eine Befürworterin aber es ist ganz wichtig zu sehen dass auch da wir können nicht über ein bedingungsloses Grundeinkommen sprechen ohne über eine Abschaffung der Erbe Erbschaft Erbschaft sorry oder eine Reform der Erbschaft und auch der also die Besteuerung oder die Versteuerung von Großunternehmen zum Beispiel oder vom Kapital im Moment zahlen wir mehr mehr Steuern über unser Gehalt als über Kapital also alleine dadurch werden die Gefälle zwischen Reich und Arm enorm verschärft und wenn wir jetzt ein Grundeinkommen haben werden diese Ungleichheiten und berührt bleiben und auch nochmal verstärkt wenn wir nicht über die also eine Steuer über das Kapital also eine erhöhte Steuer über Kapital und über Erbschaft sprechen und ich bin auch sogar der Meinung also Erbschaft an sich ist auch sehr unfair also es ist sehr schwierig das Thema auch in der Gesellschaft anzubringen weil es sehr emotional ist ja das heißt es geht auch mehr als Geld also Erbschaft ist auch Liebe das ist das was wir den Nachkommen geben ja das heißt es ist sehr emotional also sehr emotional Geld aber jedes Geld ist emotional Geld ist eine Energie und deswegen finde ich dass wir trotzdem darüber sprechen sollten warum gibt es Menschen die erben und andere die nicht erben also zum Beispiel wenn ich jetzt meine Familiengeschichte gucke meine jüdische Familie wurde also die Wohnungen die sie verloren haben oder die gestohlen wurden eher gesagt also sie wurden nicht einfach verloren sondern sie wurden expropriiert also ich weiß nicht wie man das auf Deutsch sagt aber sie wurden weggenommen gestohlen so von ihnen enteignet enteignet danke haben sie nicht mehr und es gab natürlich Wiedergutmachung nach der Shoah aber sie konnte also das kann nicht sein dass diese Wiedergutmachung vollständig und so sauber war also das heißt es gibt viele Menschen die dadurch auch trotzdem ihr Eigentum und ihr Kapital verloren haben inklusive meiner Familie zum Beispiel und also das ist aus der Familie von meinem Vater und inzwischen ich glaube schon also es ist es kann sein dass ich ein bisschen was erbe und ich kann auch darüber sprechen ich glaube so was was realistisch ist ist so 20.000 Euro 30.000 Euro was schon sehr viel ist also ich kenne sehr viele Menschen die dieses Geld auch gerne hätte aber das ist jetzt ich weiß es nicht also ich schätze und auf der Familie von meiner Mutter gibt es de facto also keine historische Erbschaft weil die Menschen auf Martinique sind Nachkommen von Sklaven und um überhaupt ein Vermögen zu entwickeln aus diesen Verhältnissen ist sehr schwer und es gibt nicht nur die Tatsache das Vermögen auch entwickelt werden soll sondern auch dass es eine gewisse Kultur gibt und ein Wissen was auch übertragen wird von Generation zu Generation wie mit Geld umgegangen wird wie Geld vermehrt wird wie investiert wird wie genau und das hatten sie nicht gelernt und zum Beispiel meine Großeltern aus Martinique irgendwann sie hatten eine Tankstelle und haben also mein Großvater war meine Großmutter war Hausfrau er hat dadurch auch ganz gut verdient aber es gibt nicht mehr vom Geld nur Schulden ja und das war eine gewisse Zeit und dann plötzlich genau also er konnte ein Haus kaufen und jetzt gibt es eine Hypothek also ich weiß nicht wie man das auf Deutsch sagt aber genau also es gibt kein Geld mehr und viele Menschen in Deutschland und das gab auch eine Debatte die also die Sintujan Walatajas und Mostahi Hilal angefangen wurde über Erbschaften und Geld und die Ursprünge von Geld und über die Nazi Hintergründen von vielen deutschen Familien und das ist zum Beispiel auch etwas was angesprochen werden sollte wenn wir über und jetzt es scheint weit weg zu sein aber Geld ist nicht neutral also wir müssen die Geschichte die ich früher erzählt habe über warum Menschen reich sind und andere arm genau das ist für mich die Gelegenheit und eine Chance wenn wir über den Grundeinkommen sprechen auch darüber zu sprechen ja Geld kann Macht sein und wenn Geld vererbt werden kann also auch Macht vererbt werden also Geld ist Macht genau Geld ist Macht und absolut ja gut wir waren bei den Diskriminierungsebenen individuell haben wir besprochen institutionell haben wir besprochen strukturell also strukturell hängt sehr sehr eng mit institutionell zusammen also alle hängen auch zusammen aber die beiden noch enger weil strukturelle Diskriminierung kann also beschreibt die statistische Überrepräsentation oder Unterrepräsentation von bestimmten Bevölkerungsgruppen und dann können wir eben auf Diskriminierungsmonster hindeuten zum Beispiel wenn wir sehen es gibt 90% weiße Männer bei diesem oder es war so 100% Männer bei diesem Treffen diesem CEO es ist viral gegangen auf den sozialen Medien und wurde wirklich diskutiert Müncher Sicherheitskonferenz ja genau Müncher Sicherheitskonferenz und das waren also auf dem Bild wenigstens 100% weiße Männer dann es deutet auf ein strukturelles Diskriminierungsmuster hin ja weil es klar ist es gibt jetzt eine Überrepräsentation strukturelle und deshalb diese Überrepräsentation ist das Ergebnis von das Zusammenspiel von individueller Diskriminierung institutionelle Diskriminierung und historische Diskriminierung und historische Diskriminierung beschreibt die Hinterlassenschaft von vergangenen Systemen und die Hinterlassenschaft von vergangenen Ereignissen also zum Beispiel wir können heute nicht über die Situation der Romnia und Syntheser sprechen ohne über den Porarmus zu sprechen Porarmus ist das Roma Wort für Shoah Ja das heißt Weil Synthi und Roma auch im Holocaust umgebracht wurden Also Romnia und Synthese wurden im Holocaust ermordet und dadurch wurde über 80% der Roma Community vernichtet also es ist enorm und Romnia und Synthese müssten bis 1982 warten also ich bin mir 98 sicher über dieses Datum aber um den Dreh bis es als Genozid anerkannt wurde als Völkermord anerkannt wurde vorher nicht sie müssten bis 2012 warten oder 2014 warten bis sie ein offiziellen Denkmal hatten und jetzt vor kurzem war die Rede oh nee wir müssen jetzt eine Straße bauen deswegen werden wir diesen Denkmal erstmal irgendwo anders haben also es ist undenkbar und eine Wiedergutmachung gab es eigentlich nur symbolisch will ich sagen weil die Summen waren so klein dass das wurde wirklich erkampft und deswegen also diese historische Ebene muss verstanden werden dass viele Menschen viele Romnia und Synthese mussten also wurden auch enteignet auch wenn sie damals systemisch gesehen auch sehr arm waren weil sie jahrhundertelange Verfolgung hinter sich hatten damals schon genau deswegen also die Geschichte ist wichtig sie ist bedeutungsvoll sie hilft uns auch zu verstehen warum die Situation so ist ich habe früher über versklavten Menschen erklärt oder gesprochen wie sie ja eben wie Kühe und Zirgen auch behandelt waren und auch tatsächlich auch abgekauft wurden dass Familien auseinander genommen wurden etc das hat natürlich bis heute eine Auswirkung auf den Leben auch die Tatsache dass sie proportionell auch viel ärmer sind und ich möchte gerne jetzt ein Beispiel nennen über das Zusammenspiel von an diesen Ebenen und zwar jetzt mit Haiti als Land weil das kann auch das sehr gut illustrieren Haiti ist einer der ärmsten Länder der Welt und die Erklärung die über Haitis Armut gegeben wird fokussiert sich vorrangig auf die individuelle andemische Ebene das heißt Haiti hat eine schlechte Infrastruktur Haiti ist korrupt die Bürokratie funktioniert einfach nicht und es gibt vielleicht etwas auch in der Kultur dass Menschen ein bisschen zu faul sind und natürlich auch die Klimakatastrophen obwohl sie auch eben immer zweitrangig erwähnt werden das sind die Hauptgründen was nicht erzählt wird ist dass in 1804 nachdem Haiti für seine Abhängigkeit gekämpft hatte sie müssten sich selbst abkaufen weil damals die Sklaverei nicht abgeschafft wurde das heißt dass Haiti müsste ihre Bevölkerung abkaufen als Sklaven und das hat sie in enormen Schulden gebracht es hat über 150 Jahre gedauert bis sie eben diese Schulden abgezahlt hatten bei wem bei wem bei ja stimmt wichtig bei den Franzosen und bei den Belgiern ja und sie müssten auch noch dazu zusätzlich Schaden sehr zahlen weil Belgien und Frankreich Straßen und Plantagen gebaut hatten also sie nicht sondern die versklavten Menschen ja und deshalb ist es und das ist die strukturelle institutionelle Ebene warum institutionelle Ebene weil es im Gesetz verankert war das war damals legal dass sie sich selbst abkaufen mussten das war damals legal und ist heute noch legal dass die Schulden zahlt bis heute und das ist kein Einzelfall weil es gibt sehr viele Exkolonien die bis heute noch Schadensersatz zahlen die in Form von Schulden eben diese Länder oder diese Abhängigkeit oder diese Gefälle diese enorme Ungleichheiten verschärfen und aufrechterhalten vor allem ja aber das wissen wir nicht ich habe davon gelernt ich war schon also ich habe darüber gelernt viel zu spät und über die Geschichte von Martinique habe ich auch viel zu spät gelernt ich habe viel zu spät über die Gründe von der Armut von finenkaribischen Inseln und das ist auch einer der Gründe warum Leute auch sagen also sind sehr abgeschreckt auf Martinique oder Guadeloupe und sagen wir nein also wir können nicht unabhängig werden weil guckt auf Haiti dass sie so schlimm wir wollen nicht so werden aber dabei wird auch nie erzählt dass sie damals eben die also die Bevölkerung quasi abkaufen sollte wie ist eigentlich die Kolonialismus Debatte in Frankreich ich meine die haben ja noch offenbar wie du sagst sort of Kolonien wird darüber geredet gibt es da Parteien und politische Forderungen dass die entweder unabhängig werden nein nein das ist extrem schwierig diese Debatte ist sehr sehr frustrierend weil es gibt unabhängig keins gruppen auf martinique und guadeloupe aber sie werden sehr marginalisiert also es wird nicht wirklich über sie berichtet es gibt generell also nicht generell sondern regelmäßig aufstände und versuche auch aufmerksamkeit zu schaffen über die ungerechtigkeit auf diesen inseln und menschen werden nicht gehört es gibt auch glaube ich noch eine Romantisierung von der Kolonisation und vom Kolonialismus in Frankreich das war meine Kindheit also ich bin in einer Familie von Kolonisatoren auch groß geworden mein Großvater ist ein Spanier der über 130 Jahren in Algerien gelebt also nicht er sondern die Familie gelebt hat und die waren Kolonisatoren und hatten auch diese Romantisierung von der Kolonisation also ich bin aufgewachsen mit einem Diskurs also aus meinem Großvater dass es einfach der größte Fehler war die Kolonien abzuschaffen dass es einfach viel besser war für alle weil eben Menschen in Algerien das nicht hinkriegen das alleine ohne den weißen Mann und das war für mich eine also wirklich ich bin damit aufgewachsen und ich dachte auch als ich klein war und das gehört habe also so wie das ist als Kind man hört zu und denkt sich okay das wird wohl wahr sein stimmt eigentlich die weiße Männer sind die überlegenen Menschen in unserer Welt und sie überall wo sie hingehen herrscht Ordnung herrscht Erfolg herrscht wirtschaftliches Wachstum etc ist das dasselbe Oper beim Front National war ja aber das ist also er ist auch extrem aber ich würde sagen in der Schule und das war wirklich nicht also das war sehr mainstream damals es wurde nie wirklich negativ über die Kolonisation gesprochen in Frankreich ich habe das noch nie gehört ich habe eher gehört dass die Kolonisation ist eine Debatte und es gibt die jenigen die es schlecht fanden und die jenigen die es gut fanden und in 2005 gab es ein Gesetz also ein Gesetzentwurf über also das ging darum dass die positive Auswirkungen der Kolonisation sollten in Schulen auch gelehrt werden und es gab natürlich Widerstand und dieses Gesetz hat nicht stattgefunden aber trotzdem das war also ernsthaft auch gedacht jetzt sollten wir darüber aufhören also aufhören negativ über die Kolonisation zu sprechen und ich war das war auch noch sehr oft wenn ich in Frankreich bin also neulich war ich da und es gab ein älterer Herr und ich weiß nicht in welchem Kontext das war und dann hat er mir ein Buch in die Hand gedrückt und meinte hier ich höre du sprichst auch sehr viel über Kolonisation hier du solltest das auf jeden Fall lesen und das war ein Buch der hieß das hieß wie man sich verabschieden soll von dem kolonialen Schuld das heißt die Kolonisation hat sehr viel Gutes gebracht und das war eigentlich ein gutes System deswegen also eine richtige Debatte über die Kolonisation in Frankreich findet nicht statt es gibt natürlich sehr viele Stimmen die sich dazu äußern aber sie werden immer diskreditiert sie werden lächerlich gemacht sie werden marginalisiert und das ist immer noch so ist zurück zu Deutschland historische Diskriminierung der Lassenschaften ist das Wort Rasse im Grundgesetz eine historische diskriminierende Interlassenschaft es gibt ja die Politik hat gesagt sie wollen das Wort Rasse streichen die die Grünen wollen es ersetzen mit rassistische Bezuschreibung das Institut für Menschenrechte in Deutschland hier Beate Rudolf hat gesagt das soll ersetzt werden durch rassistische Benachteiligung was sagst du ich sag nein ich sag Rasse existieren nicht und das ist sehr klar wenn Rasse nicht existiert warum dann im Grundgesetz weil auch wenn es nicht existiert also es ist ein Konstrukt und alle Diskriminierungsmerkmale sind Konstrukte das heißt Geschlecht ist auch ein Konstrukt ich weiß es ist ein bisschen mehr umstritten weil Menschen denken so naja aber man sieht doch dass es ein Mann ist oder eine Frau aber ja man sieht auch dass ich eine dunklere Hautfarbe habe als du dennoch existiert Rasse nicht genauso wie Geschlecht ist viel komplexer als wir es darstellen also es gibt mehr als zwei Geschlechter es gibt laut der Medizin und der Wissenschaft mehr als fünf Geschlechter ja und dennoch wird Geschlecht im Grundgesetz geschrieben dann sollte wenn wir sagen Rasse sollte durch rassistische Zuschreibung oder rassistische Benachteiligung ersetzt werden dann müssten wir auch schreiben sexistische Zuschreibung also und da ist klar das würde keinen Sinn machen aber bei Geschlecht hast du gerade selbst gesagt es gibt mehrere Geschlechter aber bei Rassen gibt es ja nicht mehrere Rassen das ist ein Unterschied oder ja es ist ein Unterschied und dennoch die soziale Bedeutung von vermeintlichen Rassen existiert immer noch in unserer Gesellschaft das heißt dass genauso wie ein Mann und eine Frau werden anders behandelt aufgrund von den Projizierungen das ist das gleiche mit einer schwarzen Person und einer weißen Person auch wenn es nicht existiert dennoch hat es eine wichtige politische und soziale Bedeutung ja das heißt es existiert nicht aber es also Colette Guillemin eine französische Soziologin hat gesagt Rassen existieren nicht aber sie töten Menschen und das sagt alles ja und was mich stört ist dass wenn wir sagen oh lass uns jetzt Rasse aus dem Grundgesetz streichen dann erstmal ist es juristisch nicht so ganz richtig weil wir brauchen auch eine rechtliche Grundlage die angepasst ist auch an den internationalen Abkommen und das würde eine Unstimmigkeit geben und dann es gibt auch eine normative ein normatives Verständnis eben von dieser Kategorie durch also von mir aus könnten wir schreiben also statt Rasse vermeintliche Rasse gut damit wäre ich okay aber nicht rassistische Benachteiligung oder rassistische Schuhschreibung nein weil wenn ich sage ich bin schwarz es ist auch nicht rassistisch oder wenn ich sage du bist weiß es ist auch nicht rassistisch die Wirkung von diesen Kategorien kann rassistisch wirken aber wenn du mir sagst Emilia du bist schwarz das ist gar nicht rassistisch wenn du mir wenn du mich ansprechen würdest mit dem N-Wort ja das wäre rassistisch aber das würdest du nicht tun ja und deswegen es ist wichtig zu sagen dass für mich also diese symbolische Veränderung hilft rassist wie erklärst du dir dass die politik und viele große teile der gesellschaft dafür ist rass rass macht uns total unbequem das wort alleine also es gibt auch physische reaktionen weil das wort ist hässlich das wort ist gewalttätig das wort hat eine grausame vergangenheit ja und deswegen denken wir okay wir müssen das streichen aber das system was zu dieser hierarchisierung beiträgt ist immer noch da und deswegen müssten wir uns damit beschäftigen wir müssen uns aber können wir das nicht indem wir Rasse streichen uns trotzdem mit dem System dahinter beschäftigen und das ändern naja also ich glaube das ist ein Shortcut sozusagen wir könnten das machen wir könnten sagen okay unser Ziel ist das Wort zu streichen ab dem Moment wo das Ziel ist Rassismus zu beenden ja 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 aber wir könnten sagen das Ziel ist Rasse zu streichen das heißt wie am Anfang gesagt in unserem Gespräch ab dem Moment wo Hautfarbe die gleiche Rolle spielt wie Augenfarbe dann können wir es streichen das ist ein bisschen mein Denken dahinter und wie gesagt also vermeintliche Rasse ich wäre damit einverstanden ich würde mir denken gut okay also weil dann können wir auch zu dieser emotionalen Ebene sprechen was auch sehr groß ist in Deutschland also die Unbequemlichkeit mit dem Wort Rasse in Deutschland ist verständlich und deswegen also vermeintlich heißt okay das gibt keine Rassen das wird auch in diesem Wort gesagt aber rassistische Zuschreibung geht für mich viel zu weit weil dann es verlangt auch eine also fast eine Absicht und ich weiß dass es nicht der Fall ist rechtlich gesehen aber trotzdem also rassistische Zuschreibung ist für mich zu normativ damit es im Gesetz eine also das Wort Rasse ersetzt die Grünen wollen die Zuschreibung was sagst du zum Institut für Menschenrechte die sagen rassistische Benachteiligung nein weil das reicht wir haben das Wort also Benachteiligung aufgrund des Geschlechts der Rasse der Nationalität etc also wir haben die Auflistung ich weiß nicht mehr so ganz genau aber dann schafft es auch eine Doppel Bedeutung wo Rasse anders betrachtet wird als die anderen Diskriminierungs Merkmalen man könnte auch denken so Behinderung ist auch ein Konstrukt und da denken wir so nee das nicht weil wir können sehen wenn eine Person nicht laufen kann oder nicht sehen kann oder nicht hören kann das ist objektiv ja also diese diese Kondition also diese physische Kondition diese unterschiedliche Körper das kann man auch als Unterschied sehen und nicht unbedingt als Benachteiligung erklären nicht oder sind nicht alleine verantwortlich für die Kategorie Behindert in unserer Gesellschaft die Kategorie mit Behinderung beruht auf zwei Normen die weder neutral noch objektiv sind und da sind die Normen gesund und fähig und man könnte denken naja gesund ist objektiv das ist wissenschaftlich das ist medizinisch das lässt sich messen und ich sage ja aber nicht zu 100% zum Beispiel wenn man betrachtet was gesund hieß im dritten reich es hatte eine ganz andere Bedeutung gesund hieß damals haarig zu sein das heißt dass Roma und Synthese und jüdische Menschen waren als ungesund betrachtet im medizinischen Sinne das heißt natürlich dass Menschen mit Behinderung und auch Menschen aus der LGBTQI Gruppe waren auch damals als ungesund betrachtet aber das ist wichtig zu sehen dass diese Kategorie ist auch sehr politisch transgeschlechtliche Menschen waren bis 2019 als ungesund betrachtet laut der WHO heute nicht mehr lesben schwulen und bisexuellen Menschen bis 1990 heute nicht mehr und bei vielen Menschen mit Behinderung wird es sich in nächster Zeit sehr wahrscheinlich ändern das heißt dass die Norm gesund ist auch flexibel es ist eine Norm die sich verändert und die Norm fähig auch also man könnte denken was ist fähig naja wenn du einen Körper hast und drin lebst bist du fähig oder was müssen wir noch machen aber nein fähig wird angeknüpft an unsere Fähigkeit zur Akkumulation von Kapital beizutragen das heißt es ist sehr eng verbunden mit der Wirtschaft und es ist auch sehr eng verbunden mit der Reproduktion der Nation weil ein gesünder Körper und ein fähiger Körper in Anführungsstrich sind Körper die zur Reproduktion der Nation der Arbeitskraft beitragen kann durch die Entstehung von gesünden Babys die in heterosexuellen Beziehungen entstehen also es geht ein bisschen weit aber nur um zu sagen dass Behinderung ist keine objektive neutrale Bezeichnung die ist auch konstruiert Rasse sind in Amerika also im Englischen sagt man ja Race ich habe in Französisch nicht so gut aufgepasst wie ist das in Frank aber es gibt auch die gleiche Debatte wie hier in Deutschland aber wenn wir vom amerikanischen Race sprechen dann meinen wir Ethnien oder die Amerikaner meinen tatsächlich Hautfarbe eher also Race ist ein politischer Begriff wo also Hautfarbe ethnische Herkunft auch enthalten wird und auch indigene Gruppen fallen auch in dieser erweiterten Kategorie also es gibt natürlich Differenzierungen aber ja das ist auch Teil davon aber es ist halt immer ein bisschen schwierig auslandzuhalten wir sagen Rasse im Deutschen es gibt keine Rassen in Amerika gibt es da wird über Race gesprochen weil das wird sehr klar als Konstrukt verstanden und deswegen haben sie damit gar kein Problem und sie verstehen sogar nicht sie sind sehr irritiert über die deutsche Debatte über die europäische Debatte wie ist das in Frankreich wie die Amerikaner oder wie die Deutschen wie die Deutschen weil es Europa ist also die Shoah und die haben beide in Europa stattgefunden und und deswegen ich habe also ja diese Geschichte die Genozid die Geschichte des Genozid geht weit über Deutschland hinaus in diesem Sinne und deswegen fühlen sie sich auch näher zu Deutschland als zu Amerika also zu Nordamerika zu ja Nordamerika wir werden wir werden heute nicht drei oder vier Stunden miteinander reden weil du bist natürlich gesundheitlich angeschlagen darum ich habe noch ein paar Fragen ich habe noch zehn Minuten Zeit um Hans eure Fragen für Emilia zu geben ich wollte jetzt nochmal neben patriarchalen Kapitalismus nochmal Privilegien ansprechen erklär mir mal was es bedeutet wenn ich ein weißer Mann bin was bedeutet das ich habe ja die meisten Privilegien inne oder ja hast du es heißt also ich glaube viele Menschen werden getriggert dadurch wenn sie als weiße Männer benannt werden weil diese gesellschaftliche Gruppe repräsentiert die universelle Norm und die universelle Norm wird nicht benannt nur die Menschen die abweichen die von dieser Norm abweichen werden benannt Frauen schwarze etc und und deswegen ist es glaube ich für viele erstmal ein Trigger weil das heißt so also ich will nicht benannt werden ich habe dieses Privileg des Universalismus und das kann auch nicht als Beleidigung angesehen werden weil in unserer Gesellschaft wir müssen gucken also ich hatte neulich dieses Gespräch auch mit einem alten weißen Mann und der war so aber ich fühle mich davon total so verletzt und ich dachte mir ja also klar also gut also ich wer bin ich um das zu beurteilen also er fühlt sich verletzt und das ist ja es ist nicht falsch oder richtig er fühlt sich so das ist so aber ich habe nur dazu gesagt wir müssen gucken was diese Verletzung strukturell bedeutet das heißt wir werden gucken wie weiße Männer oder alte weiße Männer porträtiert werden in der Gesellschaft und nicht nur heute in der Debatte und in einem so sehr kleinen Teil der Debatte sondern generell so historisch gesehen und alte weiße Männer werden mit sehr positiven Eigenschaften in Verbindung gebracht mit Vertrauen Kompetenz Rationalität Wissen Intelligenz Macht und deshalb ist es kein diskriminierendes Wort weil es wird nicht verknüpft mit negativen Eigenschaften und alte weiße Männer dürfen auch individuell sein und ich glaube das ist das was problematisch was als problematisch angesehen wird weil sie denken dadurch so ich bin kein Individuum mehr ich bin kein alter weißer Mann ich bin Hans Schmidt oder ich weiß nicht ob es ein Hans Schmidt hier gibt Hans Thiersten kommt gleich also okay also ich bin so und so und dieses also es ist es fühlt sich an wie eine Verweigerung von Individualität und das fühlt sich nicht gut an für Menschen die bisher privilegiert waren oder privilegiert sind nach wie vor aber welche Privilegien habe ich als weißer Mann also du hast das Privileg dass du also erstmal dich überall auf der Straße sicher fühlst oder sicherer als eine Frau also es kann sein dass du dich in manchen Orten nicht so sicher fühlst aber wärst du eine Frau wäre das noch schlimmer du hast das Privileg dass du zu den ein Prozent der Bevölkerung die über Land die Land besitzt ich glaube dass sie so ungefähr ja also ein Prozent und auch global das ist schon viel du gehörst du gehörst auch ja du gehörst auch also deine Stimme oder Menschen die aussehen wie du sind in allen Sphären der Macht und vertreten einen Teil deiner Interessen du wirst also dir wird generell Professionalismus Vertrauen Intelligenz zugesprochen du wüsstest ja aber ja ich und ja und du weißt dass wenn du die Polizei rufst dass du keinen Rassismus erfahren wirst von ihnen also es gibt auch natürlich also zum Beispiel es gibt weiße Männer die sagen wir mal äh andere Achsen Benachteiligung haben vielleicht sind sie wohnungslos oder vielleicht haben sie Suchtprobleme oder so und dann werden sie auch nicht gut behandelt von der Polizei aber nicht deshalb weil sie weiß sind und wären sie schwarz oder muslimisch dann wäre das noch schlimmer genau ähm und du gehörst zu der gesellschaftlichen Gruppe die über die meisten Kapital verfügt und am besten verdient ja die meisten Millionäre allermeisten Millionäre leben in Westdeutschland und sind Männer und du gehörst auch zu der gesellschaftlichen Gruppe ähm zu der am meisten geforscht wird medizinisch das heißt du weißt dass dein Körper oder nicht dein Körper du Thilo sondern das ähnliche Körper haben als Grundlage für die medizinische Forschung ähm also wurden für als Grundlage für die medizinische Forschung benutzt was die Heilung von Krankheiten zum Beispiel Frauen sterben viel häufiger an Herzinfarkte weil die medizinische Forschung sich auf männliche Körper fokussiert hat und die Symptome von Herzinfarkten bei Frauen viel weniger erkannt sind bekannt sind wie profitiere ich vom Patriarchat na erstmal in dem wenn du zum Beispiel in einer Beziehung mit deiner Frau bist und ähm ihr Kinder habt dass deine Karriere wird gefördert sein vom Staat dass dein deine also deine Bereicherung also durch Kapital wird vom Staat gefördert durch Steuer durch günstigste Steuer zum Beispiel du was war die Frage sorry ich als Mann vom Patriarchat also du profitierst vom Patriarchat weil Frauen ähm und also Jungs und Mädchen und ich sehe das auch sehr klar mit meinem Sohn er ist sieben Jahre alt in der ersten Klasse und in dem Alter besonders werden diese Dynamiken auch verschärft also das ist da wo sie sich auch wo die Maskulinität auch ausgehandelt wird äh und äh wir wachsen alle auf mit dem Glauben dass Männer überlegen sind dass Männer über mehr Platz äh äh dass mehr Platz verdienen mehr Achtung mehr Respekt mehr Empathie äh heute noch heute noch ja also auch in dem Alter was mich ziemlich deprimiert hat als ich das auch beobachtet habe aber woran merkst du das bei deinem Sohn? also ich merke das in dem also es ist sehr 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 wichtig für die Jungs in diesem Alter sich sehr sehr krass zu distanzieren und auch so äh sie abzutrennen von den Mädchen nicht weil sie einfach anders sein wollen sondern weil sie merken das Schlimmste was einem Junge passieren kann ist wie ein Mädchen gehalten zu werden und das ist so dass sie in ihrer Maskulinität stehen und bei den Mädchen existiert auch dieses ähm diese Distanzierung dass diese Gruppen auch voneinander getrennt werden aber nicht aus den selben Gründen Mädchen denken nicht dass sie sich trennen sollten weil sie besser sind als die Jungs sondern sie trennen sich weil sie einfach anders sind und es ist auch gemütlicher und weniger gefährlich also es gibt jetzt in der Klasse zum Beispiel einen Fall von ja von Mobbing und von mehreren Mädchen die sich unsicher fühlen in der Klasse weil sie wirklich verfolgt werden von Jungs also so weit geht es und das ist jetzt kein Einzelfall das könnte in jeder Schule auch der Fall sein ich habe das auch erlebt und jede Frau hat das erlebt dass in der Schule ähm eben diese Dynamiken stattgefunden haben dass zum Beispiel äh Jungs Mädchen geärgert haben aber wir nehmen das wir verharmlosen das und normalisieren solches Verhalten als so sind einfach Kinder und du profitierst auch vom Patriarchat weil äh Frauen werden sozialisiert extrem viele emotionale Arbeit zu leisten sehr viel Care also sehr viel Fürsorge auch zu leisten und vor allem äh äh ja vor allem für Männer und ihre Familien also für Männer und für die gemeinsame Familie und das ist so schön das zu bekommen so viel Liebe so viel Care so viel Aufmerksamkeit von Frauen weil sie daran sozialisiert werden also das ist jetzt das mag ein bisschen plakativ klingen weil nicht alle Frauen sind so und nicht alle Männer sind so es gibt sehr sehr fürsorgliche Männer und es gibt Frauen die überhaupt nicht fürsorglich sind also ich rede jetzt über Sozialisationen also Sozialisationsmuster aber gleichzeitig und das muss ich auch sagen Männer leiden unter dem Patriarchat und ich bin sehr vorsichtig indem ich das sage weil es ist sehr klar dass die ersten Opfer in Anführungsstrichen des Patriarchats sind Frauen nicht binären Menschen Transmenschen ja äh aber Männer müssen auch einen hohen Preis zahlen dafür dass sie über diese ganze Macht verfügen weil sie müssen einen ganzen Teil von sich selbst vernichten in der Kindheit und das ist das was mein Herz bricht weil ich beobachte das ähm bei den Jungs die ähm unter diesem Druck leiden und denken wenn ich mich entwickeln will in einem Mann oder wenn ich groß werden will dann muss ich diesen Teil von mir wenn ich komplett vernichten wenigstens zur Seite schieben oder unterdrücken die was wir in unserer Gesellschaft als weibliche Eigenschaften beschreiben würden was auch sehr heteronormativ ist aber trotzdem so zum Beispiel äh Jungs die sehr emotional sind und viel weinen oder Jungs die äh ja zum Beispiel kein Fußball mögen weil es gibt eine ganze Sozialisation auch um Fußball herum und Jungs die kein Fußball mögen und überhaupt also ja allgemein Sport nicht mögen Wettbewerb genau ja äh haben auch eine schwere Zeit das heißt es gibt sehr viele also die Jungs die sich den Erwartungen und den ähm ja den Erwartungen des Patriarchats und diesen sehr starren Geschlechterrollen nicht anpassen haben eine schwere Zeit im Patriarchat und diejenigen die besonders bedacht sind sich anzupassen leiden auch darunter weil sie nicht wirklich sich selbst sein können sie müssen eine Rolle spielen sie müssen eine Maske tragen wie Bell Hooks so schön sagt und ja und das es ist es ist eine Art Gewalt also es ist eine Art emotionale Gewalt gegenüber Männern über den Kapitalismus reden wir beim nächsten Mal wie kann ich denn mithelfen oder Männer die jetzt hier zuhören das Patriarchat abzuschaffen das ist ja das Ziel oder ja das ist das Ziel was können wir tun also ich würde den Männern ans Herz legen und das ist wirklich es tut der Seele extrem gut Aufmerksamkeit zu schenken so so fürsorglich sein wie möglich zuhören und also es gibt so viel was man machen kann aber wirklich für die Männer einfach zu versuchen zu merken okay was ist das was ich unterdrücken musste bei mir und einen Zugang dazu zu finden also es ist quasi auch so wirklich eine psychologische das wüsste ich jetzt gar nicht ja 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 tatsächlich aber das verlangt es ist wirklich also es ist so wirklich es geht sehr tief aber erst mal auch darüber zu lernen okay was ist überhaupt das Patriarchat also wie hat meine Männlichkeit auch dazu geführt dass ich Teil des Problems geworden bin und wie kann ich das auch ändern und mir erlauben die ganze Teile meiner Persönlichkeit auszuleben vielleicht will ich auch nicht so ein also zum Beispiel auf Dates also vielleicht will ich nicht auch derjenige sein der ja das weiß ich schon was ich meine also der der vielleicht ein bisschen so distanziert ist und so sich nicht festlegen will und to have the upper hand also so die die hohe Hand zu haben also vielleicht vielleicht will ich auch sofort zeigen wie sehr ich diese Person liebe und ja also das einfach tun das war jetzt die Frage auf einer individuellen Ebene das Patriarchat abzuschaffen oder zu bekämpfen gibt es dann institutionelle strukturelle Wege das Patriarchat abzuschaffen zu bekämpfen ja ja also viele sehr viele also ich glaube das findet vor allem in Familien statt und das ist kontraintuitiv weil wir denken nein nein es muss auch in Politik stattfinden und klar aber wenn die Politik die Gesetze vorgibt und das ändert sich auf familiären Ebene in unseren Beziehungen nicht dann haben wir wenig Hebel also und deswegen glaube ich müssen wir die Art und Weise umdenken wie wir miteinander umgehen zu Hause das heißt wie die Kinder erzogen werden und das heißt es gibt sehr sehr viel Erziehungsarbeit die geleistet werden muss mit Jungs mit den Jungs und das ist auch eine ein bisschen so eine andere Richtung weil bisher haben wir über also sehr viel über die Erziehung von Mädchen das heißt okay wir müssen jetzt im Patriarchat unsere Mädchen anders erzählen sie müssen lernen nein zu sagen sie müssen ihre Grenzen sehr klar kommunizieren sie müssen Fußball spielen und auch wissen sie können so also großes vollziehen sie müssen sich wählen und sich behaupten die Arbeit liegt bei ihnen und nicht nur also das heißt es geht nicht nur darum dass Mädchen sich verhalten wie Jungen oder unsere Mädchen wie Jungs zu erziehen sondern auch unsere Jungs wie Mädchen zu erziehen und das sagte Gloria Steinem eine sehr großartige Feministin und das haben wir nicht getan das machen wir nicht es geht darum wirklich unsere Jungs so zu erziehen wie wir unsere Mädchen erziehen dass sie fürsorglicher sind dass sie vielleicht weniger Platz nehmen dass sie darauf achten wie die andere sich um sich herum bewegen dass sie über ihre Gefühle sprechen dass sie die anderen mehr zuhören und dass sie auch eben eine Wahrnehmung von den anderen auch verschärfen das heißt über die Körpergrenze der anderen über die Körpersprache der anderen ja ich probiere es nochmal gibt es irgendwas Institutionelles beim Patriarchat was wir abschaffen können oder was wir ändern können ja also also erstmal Ehegattensplitting also ich sage das wirklich zum dritten Mal aber das ist so wichtig dass wir das machen wir sollten aber auch dass die Gehälter auf den niedrigeren Ebenen des Arbeitsmarkts erhöht werden und zwar die Gehälter in den Sektoren die Frauen dominiert sind und jetzt kommen wir auch zurück zur Kehrarbeit das heißt ich rede sehr viel darüber über diese Arbeit die meist unsichtbar geleistet wird und auch über einen sehr geringen Status in der Gesellschaft profitiert und da 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 müssten wir auch einen Akzent setzen es gibt auch natürlich andere Gesetze also ich bin nicht unbedingt für die eine strafrechtliche also eine rein strafrechtliche Antwort auf sexualisierte Gewalt sondern und das ist auch die institutionelle Ebene eine also das dass die Erziehung von Jungs auch in den Schulen nicht nur zu Hause auch in den Weg genommen wird Emilia vielen Dank für deine Zeit Dankeschön kommen bald wieder danke lest das Buch von Emilia Why We Matter sehr lesenswert und jetzt kommt Hans ich bin gespannt was er jetzt für Publikum zu fragen kommt ich bin auch gespannt ja nimm mal ein Schluck Tee ah ja danke danke dass du mich daran reden hast ja ja ein älterer weißer Mann mit Publikumsfragen ähm und das sind objektive äh Kriterien ist so älter weiß Mann Kelvin Scharnhorst fragt ähm wie weißt du Emilia in deinem Alltag eigentlich Menschen darauf hin wenn die gerade sich diskriminierend verhalten tust du das wenn ja wie wenn nein warum nicht ähm also ich tue das nicht immer ich muss zugeben weil manchmal fehlt es mir also manchmal sind die Kosten davon also die die ich tragen muss zu hoch und äh ich habe nicht immer die Energie Menschen darauf hinzuweisen kannst du ein Beispiel nehmen ja ja genau also zum Beispiel ähm also es ist ein fiktives Beispiel aber sagen wir mal ein Mann würde mir sagen ähm ähm wow Emilia deine ach du 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 siehst so so also ich habe eine Freundin die aus La Reunion kommt und ihr sieht euch so ähnlich Beispiel ja äh oder ja so exotisch oder etwas ein bisschen mehr so ne was drauf hindeutet und ähm und manchmal also das heißt wenn ich darauf hinweise dann muss ich immer damit konfrontiert werden oder fast immer mit dem Abwehr oh ne 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 das habe ich nicht so gemeint oder hast du falsch verstanden und ich muss dann die emotionale Arbeit leisten um diese Person zu beruhigen und zu sagen so ach ja du ich weiß du alles gut alles gut und manchmal will ich nicht diese Arbeit leisten mhm aber wenn du sagst ähm also manchmal machst du es verstehe ich ja und manchmal machst du es nicht ähm aber wenn du es nicht machst wie sollen es die dann lernen naja sie werden das also sie können das lernen so mit ganz ganz also ich bin nicht diejenige die dafür verantwortlich ist äh es gibt inzwischen mittlerweile so viele tolle Ressourcen überall in der Gesellschaft es gibt tolle Bücher es gibt tolle Podcasts es gibt ähm super tolle Social Media Accounts es gibt Filme es gibt also und deswegen also wenn diese Personen wirklich was lernen wollen dann haben sie die Wahl ja gut aber es ist auch so wir lernen häufig dann am besten in einer realen Konfrontation und ich mach das auch sehr viel ich mach das sehr viel aber ich will nicht in der Position sein dass mir dann vorgeworfen wird ja also wenn du das nicht machst dann kommen wir nicht weiter weil das stimmt auch nicht also es gibt sehr sehr viele Menschen die das sagen und was sie auch bekommen ist abwehr und das ist auch also es ist eine situative Abwägung und manchmal sagst du die Kosten wären höher als den Nutzen und dann und ich hab auch für mich eine Regel wenn es etwas ist was mich nicht anbetrifft dann mach ich das zum Beispiel wenn die Person eine ablestische Sache sagen würde wie zum Beispiel so ah ja das ist also ein Kommentar was was ja Menschen verharten gegenüber ähm behinderte Menschen dann würde ich das sagen weil ich sehe das als meine Verantwortung und das betrifft mich persönlich nicht ok Mzi Berlin ähm ne Billen Welche Rolle spielt für dich Kapitalismus. Können wir Patriarchat, Sexismus, Rassismus bekämpfen ohne Klassenkampf? Das ist jetzt sozusagen die fundamentale Frage. Nein, das geht einfach gar nicht. Das heißt, der Kapitalismus ist genauso zentral zu der Unterdrückung wie Rassismus und Patriarchat. Sie hängen alle zusammen und eine Trennung von Klasse und ethnischer Herkunftshautfarbe und Geschlecht geht nicht. Zum Beispiel die Arbeiter in den Klasse ist überwiegend weiblich und sie ist überwiegend von Menschen aus dem globalen Süden und People of Color, Migranten, Migrantinnen. Nein, ohne Klassenkampf ist vielleicht für mich ein bisschen verhaltet als Begriff, obwohl es passt auch trotzdem. Aber ja, also ein antikapitalistischen Kampf und vor allem eine Bekämpfung der Unterdrückung aufgrund der sozialen Klasse ist unerlässlich. Arbus möchte wissen, wie soll in der Schule oder in den Schulen Sensibilität für Heterogenität bei den Lehrkräften vermittelt werden, ohne gleichzeitig das Weißsein als Norm darzustellen? Schwierige Frage. Wie schafft man Sensibilität und Bewusstsein für Heterogenität, wenn man nicht gleichzeitig als Referenz sozusagen das Weißsein hat? Wie geht das? Naja, das ist also, das sehen wir auch sehr gut also in der in der Repräsentation, also zum Beispiel Weißsein ist die Norm und dennoch nicht alle weißen Männer, die abgebildet werden, sind alle blond. Also damals in Deutschland gab es eine Zeit, wo es so war, aber heute nicht mehr. Aber das geht auch genauso mit anderen Hautfarben. Und das sehen wir zum Beispiel in Kinderbüchern. Also das ändert sich auch sehr, wo diese Vielfältigkeit ist ganz normal, also ganz normal. Also das heißt, ich glaube, die Kinder, die heute aufwachsen und die natürlich in Umgebungen aufwachsen, wo es eine gewisse Sensibilität für diese Repräsentation aufwachsen, sehen Hautfarbe auch nicht mehr als diskriminierendes Merkmal. Also das ändert sich sehr schnell, aber es ist anders, als wenn ich klein war zum Beispiel, wo es überhaupt keine Repräsentation von schwarzen Menschen gab und wo ich weiße Puppen mit blonden Haaren hatte. Edmund Son, sollte ich als angehender Lehrer auch Kolonialgeschichte aus der Perspektive der Opfer thematisieren, auch wenn ich kein POC bin, also um Empathie und Einfühlungsvermögen zu wecken? Also ja, auf jeden Fall. Das heißt, es ist sehr wichtig, die Perspektive, und das kann man machen als Lehrer, in dem Texte benutzt werden, die eben von Exkolonisierten geschrieben wurden. Also da möchte ich sehr gerne Aimé Césaire, Frantz Fanon ans Herz legen, Gayatri, Chakravotty Spivak. Also es gibt andere, die sind sehr schwierige Texte, aber sie können auch kindergerecht vermittelt werden. Also das verlangt auf jeden Fall eine Übersetzungsarbeit, damit diese Inhalte weitergegeben werden. Aber das wird auch immer gemacht in der Lehre und deswegen, auch wenn Sie oder als weißer Lehrer sind, dann geht es trotzdem, indem andere Bücher und Quellen auch benutzt werden. Luis Poscharski, sind wir eigentlich alle Rassisten, ist die Frage, oder beziehungsweise wie unterscheide ich zwischen Rassismus, der aus Versehen passiert oder fahrlässig reproduziert wird und offenem Rassismus? Ja, also offenem Rassismus passiert in den seltensten, seltener, würde ich sagen. Das heißt, es gibt tatsächlich rassistische Menschen, die absichtlich und bewusst rassistische Beleidigungen sagen und die gibt es auch zu viele. Aber wir können nicht Rassismus darauf reduzieren und also, also ja, es ist das gleiche Phänomen. Beides beruht auf die Idee, dass weiße Menschen überlegen sind und schwarze Menschen oder andere ethnische Minderheiten unterlegen sind. Sowohl diejenigen, die das absichtlich und bewusst machen, als auch diejenigen, die das versindlich machen. Ich sehe für mich einen Unterschied, weil die Menschen, die das versindlich machen, haben die Macht, das zu verändern, weil sie machen das nicht absichtlich. Das heißt, wenn sie das erst mal sehen und merken, dass das passiert, dann haben sie wirklich eine, die Möglichkeit, ihr Verhalten zu ändern. Bei den anderen nicht, weil sie wollen das nicht. Das ist da, wo ich den Unterschied sehe. Magnus, wie bewertest du die Aufarbeitung von Kolonialismus im Geschichtsunterricht und den schulischen Umgang mit Diskriminierung und Rassismus? Was läuft gut, was läuft schlecht? Also Deutschland wird weltweit als Wortbild gezeigt, was die Verarbeitung der deutschen Geschichte angeht und vor allem jetzt bezogen auf die Shoah. Und ich sage nur Shoah, weil das ist eine selektive Verarbeitung. Das heißt, diese Arbeit wurde teilweise gut geleistet. Das heißt, es gibt wirklich in der deutschen Gesellschaft eine sehr klare Haltung gegenüber der Shoah. Das heißt, es darf nicht mehr passieren. Es wird auch dokumentiert. Also genau, das sind positive Seiten. In der Schule wird es, also es wird auch gelehrt und auch nicht wenig, sondern es hat einen großen Teil auch in der Schule. Aber es wurde selektiv gemacht, nämlich dass zum Beispiel, es gibt viele Opfer der NS-Zeit, die ausgeblendet wurden und nicht anerkannt wurden und nicht die Erinnerung, also das gegenüber ihnen. Ja, du hast vorhin Sinti und Roma schon erwähnt. Sinti und Roma, also genau, Ronya und Sinti, aber auch behinderte Menschen, also die Opfer der Euthanasie zum Beispiel, die schwulen, lesbigen, trans- und bisexuellen Menschen. Genau, und das muss sich ändern. Und auch, es gibt auch ganze... Aber die Frage war hier Kolonialismus. Kolonialismus, genau. Also, aber trotzdem, es ist verbunden damit. Also das ist jetzt nicht so, es sind nicht separate Phänomene. Und ja, die Tatsache, dass die Kolonialgeschichte Deutschlands komplett ausgeblendet wird im Unterricht, dass niemanden weiß über das Genozid an den Nama und Herero im Südwestafrika, also heutige Namibia, Anfang des 20. Jahrhunderts, zwischen 1904 und 08, also ich bin mir nicht von den Daten nicht komplett sicher, ist ein Riesenproblem. Das heißt, das kann nicht sein, dass Deutschland, weil es eine kleinere Kolonialmacht war als Belgien, Frankreich und Großbritannien zum Beispiel, das komplett unter dem Teppich fegt. Und diese Arbeit muss geleistet werden, weil es erklärt... Ich glaube, ein bisschen ist da in Gang gekommen schon, auch gerade, weil wir mit Namibia in diesen wirklich komplizierten, schwierigen Gesprächen sind, wo Deutschland keine gute Rolle bislang spielt. Das trägt sich, glaube ich, inzwischen auch bis in den Unterricht mit. Ja, 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 aber das ist trotzdem, also langwierig und man denkt sich, also genau, aber das muss noch viel gemacht werden, obwohl es in die richtige Richtung geht. Benjamin Kischke, gibt es eigentlich, oder wie bewertest du die Rolle von positivem Rassismus? Also wenn zum Beispiel gesagt wird, toll, wie gut sie Deutsch sprechen zu POC, die aber in Deutschland geboren sind. Gibt es sowas? Es gibt, also Rassismus ist nie positiv. Rassismus ist nie positiv. Das war auch in Anführungsstrichen. Ja, 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 genau. Also deswegen, nein, also Komplimente, die rassistisch sind, fühlen sich gar nicht gut an. Zum Beispiel, wenn, ja, mir gesagt wird, so, ah, also das habe ich auch gehört als Kind und viele schwarze Frauen hören das. Ah, du bist schön für eine Schwarze. Wirklich? Ja, das ist kein Kompliment. Nee. Oder, oh, ich hätte nicht gedacht, dass du lesbisch bist. Du siehst sehr hetero aus. Das ist, also, jetzt reden wir über, aber solche, oder, ah, du kannst so gut tanzen, weil du schwarz bist. Also das sind, weil die reduzieren oder die verweigern die Individualität der Menschen und es, genau, das ist kein, es ist eine Form von Rassismus und die fühlt sich nicht gut an, auch wenn sie so gemeint ist. Ja. Butterflies Butler, wie stark haben Rassismus und Diskriminierung dein, Emilias Leben beeinflusst? Sehr viel. Sehr viel, weil ich… Du hast ein paar Beispiele schon gesagt. Ja, genau. Und also das hat eine große Rolle gespielt, weil ich auch, glaube ich, in einer, also durch meine sogenannte hybride Identität habe ich auch Privilegien erfahren durch meine hellere Hautfarbe, zum Beispiel als schwarze Person, durch die Tatsache, dass ich lockiges Haar und nicht grausiges Haar habe. Und deswegen, also diese Nuancen waren für mich sehr, haben mir, mich auf jeden Fall sehr geprägt. Ja. Und ja, sehr wichtig und sie bleiben wichtig in meinem Leben. Kleiner Thema, ja, nicht Wechsel, aber andere Facette. Ele fragt, was ist eigentlich genau Identitätspolitik und warum gibt es so viel Kritik daran? Ja, danke für die Frage. Also Identitätspolitik ist ein Begriff, der in 1977 von einer Gruppe von lesbischen, afroamerikanischen Frauen geprägt wurde. Und das ging darum, einfach zu sagen, dass sie nicht über ihre politische Positionierung und Situation sprechen konnten, ohne ihre Identität in den Vordergrund zu setzen. und das war etwas Neues, also Identitätspolitik als Begriff und deswegen war das auch ein empowerndes Begriff. Das ging darum, okay, wir werden diskriminiert aufgrund unserer schwarzen, lesbischen und weiblichen Identität, aber wir stehen dazu, wir wollen eben diese Identität in den Vordergrund stellen und auch unter diesem Licht die gesellschaftlichen Verhältnisse analysieren. Und heute wird Identitätspolitik dafür verantwortlich gemacht, dass wir, dass diese Kategorien auch angesprochen werden. Als hätte die Identitätspolitik eben diese Kategorien erfunden, also nämlich Hautfarben. Nein, die waren schon da. Und die Spaltung in der Gesellschaft war da und sie hat nichts mit der Identitätspolitik zu tun, sondern sie wird einfach dadurch nur sichtbar gemacht. Also es wird sozusagen der Bote kritisiert, obwohl er nur als Botschaft das vermeldet, was da ist. Genau, ja. Und auch, also als anderer Begriff für Identitätspolitik wäre Befreiungsbewegungen. 01 Seraph, jetzt eine Position, die ziemlich kritisch daherkommt. Er sagt, ich bin Handwerker. Frauen wollen bis auf wenige Ausnahmen überhaupt nicht im Handwerk arbeiten und Behinderte sollten nicht im Handwerk arbeiten. Bezieht sich darauf, dass du gesagt hattest, Behinderte sollten eigentlich in allen möglichen Funktionen von Gesellschaft arbeiten. Deswegen findet er dieses Argument, Behinderte sollten überall arbeiten, surreal. Also es kommt darauf an, also über welche Behinderung wir sprechen. Also nicht, also behinderte Menschen ist eine sehr, sehr heterogene Gruppe. Es gibt nicht die behinderte Person. Es gibt sehr viele Behinderungen, auch unsichtbare Behinderungen. Und ich sehe nicht, warum zum Beispiel eine blinde Person nicht im Handwerk arbeiten könnte. Also vielleicht ist es unvorstellbar für eine Person, die nicht blind ist. Aber das heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Deswegen, es ist, also für mich ist diese Pauschalisierung erst mal problematisch. Ich sage nicht, dass es nicht mit Herausforderungen kommt und Anpassungen. Aber dass es nicht möglich ist, würde ich dem widersprechen erst mal. Und dann, Frauen wollen nicht im Handwerk arbeiten. Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich muss auch dazu sagen, wenn ich jetzt nicht diesen Beruf hätte, hätte ich Tischlerin sein wollen. Und ja klar, aber das ist eine Realität. Also das werde ich nicht verleugnen. Es gibt wenige Frauen, die im Handwerk arbeiten wollen, weil sie auch nicht so sozialisiert werden. Das heißt, als sehr, sehr kleine Kinder wird ihnen vermittelt, diese gesellschaftliche oder diese Arbeit ist nicht für dich. Diese Aktivität ist nicht für dich. Das ist Männersache. Und deswegen müssen wir das auch so verstehen als eine Sozialisationsfrage. Das heißt, dass wir können nicht die, aber was problematisch wäre, wäre zu sagen, okay, sie wollen nicht arbeiten, deswegen versuche ich auch nicht mal. Und es wäre eine andere Haltung zu sagen, so ja, ich weiß, dass es schwierig ist, Frauen in Handwerkerberufen zu uns zu ziehen, aber trotzdem kann ich das versuchen. Aber klar, wir können nicht die Handwerkerfirmen dafür verantwortlich machen, wenn sie nicht aktiv diskriminierend, sondern das ist eher so eine gesellschaftliche Verantwortung. Ja. Soleil fragt, wie überwinden wir patriarchale, diskriminierende, kapitalistische Strukturen nachhaltig? Wie weit ist die Gesellschaft eigentlich für einen solchen Wandel oder gelingt Wandel nur durch Krisen? Also braucht es tatsächlich Krisen, damit System Changes passieren? Also ja, ich glaube schon. Also ich glaube wirklich, dass Krisen, auch wenn wir im persönlichen Leben schauen, die größten innerlichen Veränderungen in unserem privaten Leben passieren durch Krisen. Und wir wachsen durch Krisen. Also zum Beispiel, das beste Beispiel ist die Pubertät. Oder wenn Kinder zwei bis vier Jahre alt sind, ist es auch eine Krise für sie, eine emotionale Krise. Für die Eltern auch. Ja. Oder die Rente. Also wenn man in die Rente geht, das ist auch eine Krise und dadurch passieren auch Veränderungen. Das sind ja so Schlüsselmomente im Leben, aber natürlich ist jedes Leben individuell. Und gesellschaftlich ist es auch so. Das heißt, dass nichts, also keine sozialen Fortschritte sind passiert, ohne dass es einen enormen Widerstand gab. Frauen haben das Wahlrecht nicht bekommen, sondern sie haben dafür gekämpft. Die Sklaverei wurde nicht einfach abgeschafft, sondern Sklaven haben dafür gekämpft. Und das ist auch eine Geschichte, die nicht erzählt wird. Und vor allem in den USA, aber in der Karibik zum Beispiel, in Martinique, das waren enorme Sklavenaufstände. Darüber wird nicht gesprochen. In den Schulbüchern tauchen nirgendwo auf. Und deshalb, also, dass wir Friktion haben in der Gesellschaft im Moment, dass es Konflikte gibt, wird oft als etwas Negatives gesehen. Oh, die Gesellschaft wird gespaltet. Aber das brauchen wir auch. Also, und diese Spaltung ist nicht nur negativ. Wenn es eine Spaltung gibt zwischen denjenigen, die Fortschritte haben wollen und diejenigen, die an das Alte festhalten wollen, dann ist es, dann muss es passieren. Florian Mayer sagt, die Ehe hat sich immer wieder verändert, ist aber nach wie vor sehr beliebt und bewährt. Ja. Ja? Ja, tatsächlich. Es gibt auch, ich glaube, so durch die Repräsentation der Ehe auf jeden Fall etwas, was passiert ist, auch mit Instagram und mit der Inszenierung der Ehe und die Modernisierung der Ehe. Also, die coolsten Menschen heiraten auch und haben tolle Hochzeiten, die sehr schön fotografiert werden auf Instagram. Er spricht für die Ehe. Er spricht nicht für die Ehe. Ah. Sondern er spricht dafür, dass es eine Art so Diskurs, ja, ein Diskurs, was eben dazu führt, dass Menschen heiraten. Aber die Hälfte der Menschen, die heiraten, scheiden sich, also lassen sich auch scheiden. Also deswegen, es hat sich gewährt für Männer sehr viel, ja, weil sie konnten dadurch auch sehr viel Kapital ansammeln. Im Anschluss, Chico-Pico, warum gibt es die Ehe weltweit? Die Ehe gibt es weltweit, also das hat auch mit der Kolonisation zu tun. Das heißt, dass durch den globalen Imperialismus, also europäischen Imperialismus und durch den Kolonialismus wurde die Ehe also angezwungen, auch an vielen Kulturen, die das vorher nicht hatten. Und dann wird mir gesagt, so, naja, aber die waren wilden oder so. Das sind sehr kolonialen und rassistischen Darstellungen eben von den vorkolonialen Leben. Das heißt, sehr viele von unseren Institutionen haben sich überall auf der Welt verbreitet, weil sie auch als Maßstab von Entwicklung und von Zivilisation und die Ehe gehörte auch dazu. Also zum Beispiel, die Sklaven, die versklavten Menschen durften nicht heiraten. Und das war auch Teil eben der Entwicklung sozusagen nach der Abschaffung. Persönliche Frage, was machst du, wenn eine gute Freundin und ein guter Freund sagt, ich will heiraten? Versuchst du es auszureden? Nein, überhaupt nicht. Nein, weil ich verstehe sehr gut, warum sie heiraten. Sie werden davon steuerlich profitieren. Das macht Sinn. Und ich sage auch vielen Frauen, die im Moment Teilzeit und kaum Gehalt haben und nicht verheiratet sind, mit Kindern, ich sage ihnen, ja, du solltest es auf jeden Fall erheiten. Das macht Sinn. Wenn ich über die Abschaffung der Ehe spreche, das ist auf einer politischen Sicht, das heißt, ich möchte, also die Ehe sollte abgeschafft werden, aber solange sie da ist und die einzige Möglichkeit ist, damit Frauen abgesichert werden, dann, na klar, natürlich, deswegen, also das hat auch nichts mit Liebe zu tun. Wenn ein paar Freunde von mir heiraten, Soll es aber auch geben. Ja, aber ich würde sagen, ja, ich beglückwünsche sie und gehe gerne zur Hochzeit. Schön. Tobias Tarabar, ganz anderes Thema, ganz anderes Thema. Welchen Ländern sollten wir die Schulden erlassen? Streichen, die Schulden streichen. Ja, ja. Also, erstmal, so schauen historisch gesehen, die Länder, die solche Schulden, die aus der Kolonialzeit entstanden sind, also solche Schulden sollten auf jeden Fall erlassen werden. Und dann, wenn es auch um ODA angeht, also Official Development Aid, das ist auch sehr wichtig zu sehen, dass von diesem Geld 80 Prozent geht zurück in den Geberländer, in die ökonomischen Strukturen der Geberländer. Ja, ja. Noch zwei, drei Fragen. Nils Oswald, du sagst, man muss das Patriarchat aufbrechen. Wie können Menschen konkret gegen das Patriarchat vorgehen? Stichwort Matriarchat. Also sollen wir das Patriarchat durch das Matriarchat ersetzen? Nein, nein, es geht nicht darum, die Unterdrückung umzukehren. Das wollen wir nicht. Wir wollen auch, und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, weil sehr viele Menschen fühlen sich auch bedroht von dem Kampf gegen die Unterdrückung, weil sie oft das Gefühl haben, dass es darum geht, die Unterdrückung umzukehren. Es ist kein Nullsummenspiel. Wenn die Frauen gewinnen, heißt es nicht, dass die Männer verlieren müssen, vielleicht können alle gewinnen. Wenn die, also schwarze Menschen, Muslime und jüdische Menschen gewinnen, heißt es nicht, dass die weißen Menschen verlieren. Und deswegen, es ist jetzt, glaube ich, sehr wichtig zu sein, es geht nicht um eine Umkehrung des Patriarchats. Nochmal eine kritische Frage, Livia Zaratnitschek, wer wird denn in der Schweiz eigentlich unterdrückt? Weil du ja sozusagen auch von globaler und gesellschaftlicher Unterdrückung sprichst. Wer wird in der Schweiz unterdrückt? Wer wird in der Schweiz unterdrückt? Na, sehr viele Menschen, also angefangen mit den, also alle Menschen, Migrantinnen, die aus dem Balkan kommen, werden in der Schweiz unterdrückt. Alle Muslimen, die in der Schweiz leben, werden unterdrückt. Es gibt auch viele schwarze Menschen, die in der Schweiz unterdrückt werden und viele Frauen, die in der Schweiz leben, werden unterdrückt. Frauen müssten in der Schweiz bis 1971 warten, bis sie das Wahlrecht hatten. Also es gibt eine Menge Menschen, die in der Schweiz unterdrückt werden. Vorletzte Frage, Sky Beach 1, kann man Outing, in Anführungsstrichen, eigentlich als eine freiwillige Selbstdiskriminierung gleichsetzen, mit dem Ziel, spätere Diskriminierungen von außen vorzubeugen. Also ich oute mich jetzt selbst, mache es selbst. Das ist eine Selbstdiskriminierung, ja, aber dadurch verhindere ich, dass irgendjemand anders es dann macht. Also ich würde sagen, ich würde das auch nicht so als Strategie bezeichnen, weil wenn man nicht geoutet ist, heißt es, dass man ständig auch lügen muss, dass man sich verstecken muss und deswegen, es ist ein sehr, sehr hoher Preis, die Menschen zahlen müssen, um angeblich nicht diskriminiert zu werden und deswegen glaube ich, dass es ist keine Selbstdiskriminierung, sondern es ist ein Zeichen der Selbstliebe und des Selbstrespekts, einfach zu sagen, ich stehe zu, wer ich bin und ich möchte nicht, dass es mich, oder dass es, ich möchte mich, ich möchte mich nicht verstecken und ich möchte mich nicht einpassen. Also Outing als eine Form von Selbstbestimmung und Freiheit. Ja. Vorletztes, vorletzte Frage, Soleil, welches Buch liest du eigentlich gerade oder ich frage mal, welche Bücher? Ja, also im Moment lese ich sehr, sehr viele Bücher für mein nächstes Buch. Also es geht sehr viel um das Thema Ehe, sehr viel um das Thema heterosexuelle Beziehungen, Liebe, Familienformen, genau, sehr viel um diese Themen und sonst lese ich auch ein anderes Buch über Astrologie. Ja. Ah. Ja. Glaubst du dran? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Ah, das ist interessant. Es ist nicht direkt ein rationales Konstrukt, Aber ich habe nichts gegen irrationelle Sachen. Ah ja. Also, oder okkulten Sachen oder so, aber ja. So, zum Schluss kommt eine Frage von Hans, also von mir, nämlich zum Thema Rasse und Grundgesetz. Da sage ich jetzt mal, da überzeugt mich deine Position nicht und ich will versuchen, in eine Frage zu kleiden, warum. Der Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3, lautet in der Langfassung, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Überzeugungen benachteiligt oder bevorzugt werden. All diese Eigenschaften, all diese Eigenschaften sind objektiv nachweisbar, mit Ausnahme von Rasse. Alles andere gibt es Realita. es gibt Abstammung, lässt sich nachweisen, es gibt Sprache, aber wie zum Beispiel Abstammung, also Abstammung ist ja auch ein bisschen, nein, nein, Abstammung ist ja nachweisbar, aus welcher Familie komme ich, aus welcher Region komme ich, also Aber zum Beispiel ich, also aus Martinique, es gibt nichts, was sagt, dass wir aus Afrika kommen zum Beispiel. Nein, aber mit Abstammung meint ihr, es lässt sich, zum Beispiel in deinem Fall, lässt sich nachweisen, aus welcher Familie stammst du, wer sind deine Eltern, wer sind deine Großeltern, das sind sozusagen objektive Fakten, Sprache ist auch ein objektiver Faktor, Glauben, Religion, auch sozusagen ist objektivierbar. Das Einzige in dieser Aufzählung, was nicht objektivierbar ist, wie wir inzwischen wissen, ist Rasse, jedenfalls im biologistischen Sinn. vermeintlichen Rasse wäre, das, also, würde am nächsten bleiben, weil nicht alles, wenn wir rassistische Zuschreibung schreiben oder Benachteiligung, dann setzt schon mal in der Kategorie eine eine Doppelbenachteiligung, also, weil, darf nicht benachteiligt werden aufgrund von. Und juristisch gesehen finde ich das irgendwie nicht richtig und das, es ist auch nicht angepasst an den internationalen Abkommen, die gegen Rassismus vorgehen. Und deswegen, also, wenn wir jetzt sagen, rassistische Zuschreibung, wer soll das bestimmen? Das ist genauso, das ist genau die gleiche Bestimmung wie, oder Schwierigkeit, wie wir sie hätten, wenn das Wort Rasse drin bleiben würde. Das große Problem, was ich damit habe, ist, wir sind uns ja alle einig, Rasse in dem Sinne, wie Rasse im deutschen Sprachgebrauch, das deutsche Grundgesetz, ist ein biologistischer Begriff. Das gibt es in Bezug auf Menschen nicht. Sozusagen das Wort Rasse als deutsches Nomen ist ein Fake, ein kompletter Fake. Und wenn man jetzt sagt, es darf niemand wegen angeblicher rassischer Zugehörigkeit, da steckt drin, wenn man das angeblich drin hat oder das rassistische, damit wird benannt die Ideologie. Ist das nicht die präzisere Formulierung anstatt des falschen Rasse? Also deswegen wäre meine... Aber das ist genau das, was ich sage. Wenn wir schreiben vermeintliche Rasse, dann ist das sehr klar, es geht um ein Konstrukt, also dass Rassen nicht existieren. Ich habe ein Problem nicht mit dem Präfix vermeintlich, sondern ich habe ein Problem mit rassistischer Zuschreibung. Weil nicht alle vermeintlichen Rassen sind rassistisch, eben wie ich gesagt habe. Wenn ich sage, ich bin weiß oder du bist weiß und ich bin schwarz, das ist nicht rassistisch. Doch. Nein, ist es nicht. Doch, weil es aufbaut auf einer Vorstellung von Rasse, die als solche falsch ist. Naja, aber das ist nicht... Also und was sagst du auch dann zu den Menschen, die zum Beispiel diese Identität auch für sich wieder eingeeignet haben, damit sie eben gegen diese Entmenschlichung, diese unter... also diese konstruktionales Unterlegen vorgehen wollen. Ja, ich kann sagen, ich bin ein Mensch weißer Hautfarbe, ich bin ein Mensch, ich bin ein People of Color, aber das ist nicht, ich bin ein Mensch weißer Rasse. Naja, für mich ist das problematisch, weil also... Ja. Ich wollte nur sagen, also ich finde, da ist noch Diskussionsbedarf. Gibt es auch, ja klar. Emilia, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit, deine Stimmbänder. Ja. Du hast gut durchgehalten, deine Antworten. Dankeschön. Und ich glaube gerne wieder. Danke sehr. Danke für euer Interesse, eure Fragen, eure Unterstützung, ohne die, ihr wisst es, es dieses Format und andere überhaupt nicht geben würde. Dankeschön, Vielen, vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020